Herzlich Willkommen im Gaming Room von SmackBoom und herzlich Willkommen zum Öhrntag mit Jörn. Und mit Björn. Ja, und? Halt stehen bleiben, Polizei! Ja, wirklich, der Polizeisimulator. Es hat uns so gut gefallen beim letzten Mal, dass wir es diesmal weiterspielen. Ja. Also wir wollen noch ein bisschen auf Streife gehen. Genau, wir wollen noch ein bisschen auf Streife gehen. Also ein Ziel hätten wir da noch. Wir würden gerne einmal einen Überfall, die es anscheinend im Spiel auch gibt, unterbinden. Das haben wir beim letzten Mal nämlich nicht geschafft. Wir werden nur Geiseln erschießen. Darum geht es ihm eigentlich. Eigentlich geht es darum, Geiseln zu erschießen. Ich kann wieder nur auf Speed verweisen. Da geht es nicht darum, sie zu erschießen, sondern schieß auf die Geisel und töte sie dabei. Ja. Also ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Ich habe nämlich wirklich ehrlich noch keinen Schimmer, wie wir das Ganze hinkriegen sollen und wie das funktionieren soll. Weil bisher habe ich das Gefühl, dass wir in so eine Art Schleife gefangen sind, dass wir nur dieselben Sachen machen können. Und ich weiß nicht, wie man daraus ausbricht, um andere Missionen anzunehmen. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass wir alte Missionen erst doppelt und dreifach machen müssen, bevor es so klappt. Aber wir versuchen das heute nochmal. Ich schalte mal rüber. Aber falls... Wir waren zwei. Wir übernehmen das. Oh, wir waren zwei. Wir sind Wagen eins übrigens. Wir sind Wagen eins, ja. Falls es nicht klappt, einen dritten Versuch werden wir dann höchstwahrscheinlich nicht mehr unternehmen. Aber heute wollen wir nochmal ein bisschen auf Streifen fangen. Ein paar, ja, ein bisschen der Bevölkerung schikanieren. So wie man das als Polizist ja macht. Auf dieser sehr, sehr... Ich bin nicht wörtlich. ...eine sehr, sehr flotten Karte. Wo wir hin mit... Was ist das denn hier? Das ist, glaube ich, ein Marker, den wir uns selber gesetzt haben. Aber warum? Wie kann man den Marker denn nochmal setzen? Ach, mit X. Ja, weil da eine Ähnchen war. Ja, ein Ähnchen wollten wir holen. Eins der... Aber jetzt ist halt die Frage, sollen wir zur Polizeiwache zurück und uns da nach Missionen umschauen? Äh, ja, das können wir vielleicht tatsächlich mal machen. Es gibt aber auch keine... Diese Sondermission waren diese Sterne, ne? Spezialmissionen. Stuhlberden. Das ist wahrscheinlich die Stadt, oder? Das ist der Ort, ja, ja. Okay, in Böden. Okay. Ja, Ort. Was war die Spezialmission? Wollte ich nur gucken, aber haben wir keine. Es gibt weiterhin nur den bisher weißen Sternen. Das ist die Spezialmission, die wir schon gemacht haben. Am rechts in der Legende sieht man es, die Spezialmissionen sind eigentlich gelb. Das ist schade, weil das war eigentlich das Witzigste. Ich fahre mal erstmal zurück zur Wache. Ja. Ganz automatisch und dann gucken wir... Hallo Fabian. Hi. Hi. Und dann... Wir sind wieder dabei. Ich finde voll geil, dass wir auf keinem Parkplatz stehen, sondern einfach mittendrin und die Sirene an ist. Ne, das ist lau nicht. Oh Gott, ey. Ich mach mal eben kurz vor uns. Ich hab das Gefühl, wir hätten keinen Ton an. Ich hab auch gar nichts. Dabei lief gerade Musik. Was unser Kollege auch für eine adrette Frisur hatte. Alleine wie der läuft. Guck dir das mal an. Äh... Er läuft, als ob er sich in die Hose geschissen hätte. Ja, das stimmt tatsächlich. So. Fabian, kannst du einmal rausfinden, wie man andere Missionen annehmen kann, außer die drei, die wir schon haben? Wir möchten gerne Überfälle verhindern oder verüben. Vielleicht kann man ja mit... Wo ist denn unser Chef? Vielleicht gibt er uns noch was Neues. Der ist nicht hier drin, ne? Ne, der ist... Genau, einmal um die Ecke. Einmal um die Ecke rum ist er. Da komm ich jetzt nicht... Geh weg hier! Auf einmal war er draußen wieder. Ich hole mir jetzt erstmal noch einen Donut. Das ist obligatorisch. Wieder den gelben natürlich. Genau. Aber in der Tankstelle haben wir schon den blauen und den rosanen auch gegessen. Den grünen hatten wir mal. Ach, grünen, genau. Nicht rosa, sondern blau und grün. Aber wir hatten grünen. Aber hier im Polizeirevier essen wir immer nur den gelben. So, Chef, wie sieht's aus? Haben Sie Neuigkeiten für uns? Gerade habe ich keine besonderen Aufträge. Verdammt! Ich dachte auch, dass er jetzt was hat. Okay, bis später. Ich liebe es übrigens, wie verpackt das Spiel ist. Und wie der Kollege einfach nur im Raum steht und jetzt gerade die Kamera blockiert hat. Das Spiel ist pures Gold. Erstmal einmal für eine neue Schicht erstmal mit den Kollegen. Was geht? Momentan nichts. Ist ziemlich ruhig zurzeit. Das ist unser Zwilliger eigentlich. Man sieht es nicht. Was ich mich gerade frage ist, guck mal, man kann ja hier Tageszeit. Nee, kann man nicht. Ich dachte, man könnte das einstellen, aber man kann damit einstellen. Das kann man bestimmt auch erst im späteren Verlauf des Spiels. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass man, dass das jetzt, beziehungsweise die Angst, dass es jetzt auf Tag steht und man das irgendwie auf optional stellen muss oder sowas, damit es auch andere Tage mal gibt. Naja, dann machen wir hier nochmal was. Was haben wir denn hier so? Überfälle, ich würde Überfälle machen. Aber Straßensäuberung und Blockaden können wir auch noch nicht machen, oder? Die sind auch noch mit dem Schloss versehen, oder? So, hier ist das Schloss vor. Bei den anderen, die kommen wir später an. Ich würde mir halt mal wünschen, dass da endlich mal drinsteht, was die Grundvoraussetzungen sind, um das zu bekommen. Schwierigkeits 1, Verfolgungsjagden, Spieldurchgänge 3. Das heißt, wir haben schon drei Verfolgungsjagden gemacht. Genau, und Unfälle haben wir zwei, glaube ich, gehabt, oder? Ja. Ja, zwei. Soll ich mich nochmal um einen Unfall machen? Ja, machen wir nochmal einen Unfall, weil da passiert ein bisschen mehr als bei diesen Verfolgungsjagden. Steige ins Auto, okay. Oh, guck mal, Schnobern hatten wir doch gerade. Jetzt müssen wir direkt da hinfahren. Aber mit Blaulicht? Blaulicht. Ab zum Nebelsee. Ja. Going to the Nebelsee. The Nebelsee ist sehr... Wie kann man nochmal rennen? Achso, Stick reinrücken? Rennen. Das ist fast genau dasselbe, ne? Also es ändert sich nichts. Ich kann von der Seite nicht einsteigen. Ich hatte die Hoffnung, dass... So, jetzt ist der Kollege sitzt wieder einfach drin. Ja, nee. Pass mal, ist geil. Der hat sich... Ich habe... Wagen eins für Leitstelle. Wir übernehmen das. Wir stehen wieder richtig auf. Ja, Blaulicht reicht. Eine Sirene nervt auf jeden Fall. Nur bei Verfolgungsjagden. Wie macht man das denn nochmal mit LB, ne? Ah ja, okay. Ja, alles klar. Oh, da muss ich gleich auch erstmal wieder reinkommen, wie die Steuerung so geht. Das finde ich auch so geil. Die ganzen PKWs, die an uns vorbeifahren, dass die leer sind. Leitstelle für Wagen 1. Es gibt weitere Informationen. Zwei Fahrzeuge sind in den Unfall verwickelt. Ja, okay. Verstanden. Sonst noch was? Das war's für den Moment. Das ist schon hier. Verstanden. Nee, nee, das sind nur Wegpunkte, glaube ich. Nein, das ist schon hier. Oh, das ist aber ein schlimmer Unfall. Da hat einer seine Weste nicht an. Ja, das stimmt allerdings. Was mich dazu führt, damit ich keine doofen Sprüche kriege, dass ich meine Weste anziehe. Ja. Ich finde aber auch geil, dass unser Kollege einfach auch keine Weste anhat. Was soll das? Was ist mit dem los? Hörnchen hinstellen. Einmal. Wie viel sind es diesmal? Vier. Neulich brauchten wir einmal sechs. Beim zweiten Mal. So, ich mache hier, heute mache ich eine coole Choreo dafür. Ah, geil, so ein Zick-Zack-Kurs. Ja, genau. Nice. Und jetzt eins hier noch. Zack. Bam. Alles klar. Jetzt steht ja wieder noch ein paar Sekunden so. Okay, das haben wir schon mal. Das sieht es ja natürlich aus. Wir stellen Unfallfotos. Drei Stück. Bestimmt hier den Auspuff. So machen wir die Kamera, okay. Bestimmt den Auspuff da, oder? Das da links? Ne, tatsächlich. Doch. Doch, doch. Ja. Ja. Einmal. Guck mal, das ist die Kamera. Guck mal gleich näher ran. Du bist keine Gäste. Ne Pfunde schon wieder. Einen Schnappowitz ist das. Na, das Zeug ist ja nicht ohne. Wenn das jemand beim Fahren Intus hatte. Ob die sich wieder streiten? Besser, ich nehme das mal mit. So, Schnappopulle haben wir. Diesmal müssen wir den Übeltäter des Alkoholkonsums überführen. Drei Fotos. Ah, okay. Das sind dann noch die Karren. Mal zurück. Ja, sehr gut. Ja, bestimmt das andere Autokamera, oder? Ja, kann ich jetzt auch mal tippen. Uh, das sieht aber nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Okay, dann haben wir die Fotos auch schon alle. So, spät mit den Beteiligten. Ich bearbeite die Unfallskizze. Das war mit Y. Okay, jetzt ist wieder die Frage. Das ist der weiße Wagen. Das ist der vordere, ne? Ja, genau. Das heißt, der hintere Wagen, der hier, der steht quasi genauso dahinter, ne? Also. Das ist jetzt schon wieder... Ja, aber... Rackteile. Links neben dem hinteren, also zur linken des hinteren Autos. Ja. Zack, okay. Das war diesmal einfach. Also, das haben wir auch erledigt. Das heißt, wir können mit denen reden. Sie hat die Unfallweste an. Ich bin dafür, dass wir erstmal mit ihr reden. Vielleicht. Hallo. Erzählen Sie mir doch bitte, was vorgefallen ist. Der andere Fahrer hat nicht aufgepasst und dann hat's geknallt. Oh oh. Verkehr, Geschwindigkeit, Abstand. Wir können ja eh alles... Machen wir jetzt mal Abstand. Ist der vorgeschriebene Mindestabstand eingehalten worden? Der Typ hat mir schon die ganze Zeit dermaßen an der Stoßstange geklebt, dass irgendwann was passieren musste. Okay. Wir überprüfen das. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Auch so. Ähm... Geschwindigkeit. Waren Sie eher gemächlich unterwegs? 100 oder 120? Jedenfalls nicht zu langsam. Alles klar. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Jedenfalls wie gedruckt. Ähm... Verkehr. Wie war der Verkehr zur Zeit des Unfalls? Alles normal. Kein Stau, nur hin und wieder LKWs. Okay. Sie mussten nicht möglicherweise mal plötzlich bremsen? Natürlich musste ich ab und zu mal bremsen. Sonst wäre ich ja irgendwem reingeknallt. Okay, aber nicht plötzlich. Okay, dabei belassen wir es, würde ich sagen, oder? Bei Nachfahrt ziehen. Also haben Sie sich den Verkehr angepasst und waren vorsichtig. Ja, nur leider hat der Fahrer hinter mir so dermaßen gedrängelt, dass er wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Wir überprüfen das. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Die ist absolut glaubwürdig. Ernsthaft jetzt? Ähm, wir sprechen Sie noch mal auf dem Alkern. Gehört das Ihnen? Keine Ahnung, wem das gehört. Okay. Sehr gut. Belassen. Ich bleibe bei Belassen. Ich glaube, der das tatsächlich. Glaubst du der das nicht? Naja. Echt nicht? Ich glaube, dass die mit ihren Rehauen schon oft durch solche Situationen gekommen ist. Sie schützen sich und andere Verkehrsteilnehmer. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Von meiner Seite gibt es sonst nichts. Okay. Vielen Dank. Das war es erst mal. Als allererstes sind sie zurück, wenn sie etwas Neues ansprechen. Ja. Ja, die Einführung sind, ne? So, hier. Ja, meine Warnweste ist an. Oh, ist das genial, ey. Das Spiel ist echt her. Hallo. Erzählen Sie mir doch bitte, was vorgefallen ist. Ich habe noch versucht zu bremsen, aber es ging alles so schnell. Oh, nicht die Schöpfung. Ich weiß nicht mal, wo das andere Fahrzeug so plötzlich hergekommen ist. So plötzlich hergekommen ist, okay. Erst mal Warnweste. Warnweste. B. Haben Sie eine Warnweste dabei? Sie müssen sie tragen, wenn Sie Ihre Wagen an der Autobahn verlassen. Das ist eigentlich, was man dem sagt. Schön, dass Sie eine tragen. Beim nächsten Mal achte ich darauf. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Ja, aber sie hätte die ja auch an. Wir fragen mal nach dem Abstand halten. Die andere Fahrerin gab an, dass Sie gedrängelt hätten. Sie können mir überhaupt nichts nachweisen. Oh, der ist doch betrunken. Sind Sie sich wirklich sicher? Ich bin sicher. War es das jetzt? Wir gehen der Sache nach. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Wir gehen der Sache nach. Geschwindigkeit. Wie schnell sind Sie gefahren? Keine Ahnung. Normal eben. Wir überprüfen das. Haben Sie sonst noch etwas bemerkt? Nicht wirklich. Nein. Danke für Ihre Aussage. Ich melde mich, wenn ich weitere Fragen habe. Ich will die noch... Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Nicht wirklich. Nein. Was sind das denn? Ich komme wieder. Haben Sie sonst noch etwas bemerkt? Von meiner Seite gibt es sonst nichts. Warum kann ich den Rest jetzt nicht mehr fragen? Jetzt haben Sie sonst noch etwas gesehen. Von meiner Seite gibt es sonst nichts. Ja, von unserer, aber wir sind die Polizei. Mann, ey. Warte mal, jetzt noch was. Das könnte noch mal wichtig sein. Was ist das denn? Neue Dialogoption. Moment, wir fahren auf dem Asphalt. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Nicht wirklich. Nein. Neue Dialogoption stand da gerade. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Nicht wirklich. Nein. Was sind denn hier neue Dialogoptionen? Was soll das denn? Wie hast du dieses Spiel? Vielleicht habe ich jetzt eine mit ihm. Na, gleich noch ein Bier. Hast du alles? Ja, toll. Wir können los. Und? Was denkst du? Der hintere Fahrer war sehr schnell unterwegs und soll gedrängelt haben. Hat er das bestätigt? Oder hast du weitere Beweise dafür gefunden? Nein, weil ich eine Pflaume bin. Nee, habe ich leider nicht. Okay. Och Mann, das ist doch scheiße. Die Kollegen machen das dann schon. Das will ich weiterkommen. Verdammt. Mann, ey. Ach so, kurze Zeit schwierig. Also ich hoffe, dass jetzt noch etwas passiert. Ja, das war das letzte Mal auch. Hey, Partner. Was ist? Gibt es denn nichts, dass du mir erzählen willst? Nein, außerdem hängst du doch sowieso schon die ganze Zeit mit mir rum. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Pründigung, ey. Mach mal kein Smalltalk. Sehr eben für ein Assi-Partner. Echt mal, ey. Ich bin dafür, dass wir direkt die nächste Unfallstelle machen. Sofort noch eine? Ja, und dann muss ich erst mal wieder ins Revier. Damit wir eine neue holen. Ist ja nicht so schlimm. Du kannst ja schnell reisen. Du sagst das so. Mit dieser Karte kann man nicht schnell reisen. Dann bist du schneller, wenn du fährst, ne? Ich nehme echt tatsächlich den rechten Stick, um die Karte zu bewegen und nicht den Cursor zu bewegen, weil es so schlimm ist. Boah, ich will jetzt endlich mal einmal, dass wir so ein... Aber warum ging jetzt auf Arbeiten? Wieso kommt man auch nicht mehr Fragen? Was ist das mit dem Spiel? Weiß nicht. Vor allem bei den... Ja, weil ich das Falsche genommen habe dann irgendwie. Ja, das ist ja Quatsch. Weil ich verstehe halt nicht, warum man nicht alle anderen Frageoptionen auch durchgehen kann. Da steht ja drauf, ey. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ist das hier die Firma, die das Oost bei den Turtles gemacht hat? TGI. Ja, oder? Das ist ein bisschen so aus. Oder das ist ein Film. In den Spielen ist es... In den Comics ist es TCRI. Ja. Ich habe schon wieder vergessen, wofür alle Buchstaben außer dem C stehen. Computer General. Nein, das C steht für Cosmic. Und im Film, weil die halt nicht so Sci-Fi gegangen sind, das G für Global. Das ist das Einzige, was ich weiß. So ausgedacht jetzt. Nein, das ist nicht so. So richtige Auflösung mit Geständnis. Das ist vielleicht der Grund, warum wir nicht weiterkommen. Wir haben immer nur richtige Auflösung, aber kein Geständnis. Warum haben wir denn 3 und 2, aber kein Geständnis? Was haben wir denn ganz falsch gemacht? Warum gibt es da nicht einmal falsche Auflösung? Ey, keine Ahnung. Stimmt, ne? Richtige Auflösung. Null. Moment, das gibt auch keinen Sinn wieder. So, zieh dich. Wir fallen jetzt nach Flohendorf. Leichter Auffallunfall. Mann, ey. Ich will endlich mal hier so einen Typen überführen. Okay, aber diesmal, bevor wir die befragen, schön gucken, ob noch überall Lupen sind oder so. Dass man da irgendwas... Ah, das wusste ich aber auch nicht, dass man da jetzt noch... Das Blöde an der Sache ist ja auch, dass du manchmal nur kurz Zeit hast für deine Antwortauswahl. Und wenn du da dann jetzt schon nicht das Richtige nimmst, scheinbar, kommst du ja dann auch nicht weiter. Ja, es ist voll das Fifty-Fifty-Ding dann immer, ne? Manchmal ist es sogar nur 33%. An alle Einheiten, wer übernimmt einen Auffahrunfall? Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Ich würde gerne vernünftig dorthin fahren, aber es ist mir leider nicht möglich. So, jetzt aber... Oh, ich bleib hier auf diesem Weg. Was ist denn nochmal Bremsen? Der? Ja. Also L2 ist Bremsen. Das ist aber ein weiter Weg hier, wa? Sieg ist entspannend einfach. Ey, was ist jetzt passiert? Wie um Himmels Willen ist das passiert, was jetzt passiert ist? Wer übernimmt einen Autounfall ohne Fremdeinwirkung? Wagen 2, schneidbar. Wagen 2, wir übernehmen das. Was ist hier passiert? Wir haben diese Flasche Alkohol gefunden. Sind die habe ich ja nicht. Die hasch ich ja doch. Sonst noch was? Ich bin unschuldig. Ich habe nichts getrunken. Verstanden. Also ich weiß von nichts. Vielleicht mein Kollege, der ist sowieso ein bisschen komisch. Der arbeitet auf mir. Steht da immer nur rum. Erst mal pingen, ne? Weißt du, wie das geht? Ja, auf dem linken Stolz. Boah ey, es nervt mich, dass ich diese Pöller nicht einfach wegklatschen kann. Boah, es war so geil, wenn du jetzt kommst, wenn du das besagt. Boah ey, es ist so problematisch zu fahren, ne? Ich meine, das ist Autobahnpolizeispiel. Und das Schlimmste, was du hier im Spiel machen kannst, ist Autofahren. Boah, stell dir jetzt mal GTA vor. Boah, ist denn hier bloß ein Bus oder was? Geil. Aber wo ist die Auffassung? Jetzt mal die Pöller. Ich sehe überhaupt nicht, dass... Ja, wir werden gleich schon rausfinden. Da ist nur ein Fahrzeug aus den zwei Leuten. Vielleicht ist das andere schon weg. Oder... Oder es ist wieder weggebacken. Das Spiel ist so verbuggt, dass beide PKWs in dem Bus drin sind. Das ist ja witzig. Ja, ich habe ja tatsächlich mal... Ich bin ja früher mal Bulli gefahren. Ich hatte einen VW-T2-Bus. Dann ist du oft PKWs drin, ne? Ich hatte tatsächlich einen PKW in meinem VW-T2-Bus drin. Ich war duschen und höre nur einen Knall und habe mir auch gar nichts dabei gedacht und bin dann irgendwann aus der Dusche rausgekommen und gucke aus dem Fenster und sehe, dass ein anderes Auto in meinem Bulli drin ist. Und da ist tatsächlich ein älterer Herr gefahren. Der hat einen Zuckerschock gekriegt während der Fahrt und hat dann das Gaspedal komplett durchgetreten und ist dann in meinen parkenden Wagen reingerast komplett. Mein Wagen war absoluter Totalschaden. Dem Opa ging es gut. Ach, ich muss noch mehr aufstellen. Ja, ja. Sechs. Dann packen wir doch einen hier hin. Genau. Obwohl das gar nicht grün geleuchtet hat, aber egal. Und ja, da ist die andere Krühe. Da weiß ich. Mein Wagen, Futschikado. Sichere den Unfall. Also erstmal gucken wir hier, ob wir... Ich sag, der Busfahrer, der hat doch bestimmt nicht seine Zeit eingehalten und nicht geschlafen. Ein Hohr auf unser Busfahrer. Jetzt ist es tatsächlich so, weißt du, hier gibt es nichts. Hier ist nichts, Jörn. Ernsthaft jetzt. Dreck, ey. Hier ist nichts. Da ist was. Das könnte nochmal wichtig sein. Was ist es denn? Bremsspur, aber... Ne, er hat doch was aufgehoben. Ein Frosch. Aber jetzt mal ernsthaft, wenn ich das selbst schon nicht sehe, wie sollen wir denn rausfinden, dass da noch irgendwo was ist? Ja, das ist schlecht. Vor allem die Flasche Whisky oder was auch immer. Die konnte man sehen. Weißt du, was ich geil finde? Hier komme ich durch. Aber... Wenn da so... Wenn da so... Keine Ahnung, meine Kollegin irgendwo steht oder sowas komme ich... Hier kann ich nicht durchgehen. Hier. Ja, die Flasche sah man. Genau, und da sagt er auch was Spezifisches zu, sogar. Da sagt er ja sogar hier, ähm... Oh, mit dem Zeug Intus kann man ja gar nicht. Dann müssen wir zurück, oder? Ja, doch nicht. Das ganze Fahrzeug, vielleicht muss er weiter nach links gehen, damit du den... Ähm... Ja, nach links. Und damit du besser auf die, ähm... Auf die Beule aufhalten kannst, vielleicht. Ja. Ne, auch nicht. Das ist meine Idee. Das ist wahrscheinlich, wie die Autos einfach nur so normal knipsen. Bro, guck mal hier, ey. Bro Q. Ja. Ey, was ist das für ein Schwachs... Das ist für mich der Schwachsinn. Knips damit doch noch nicht mal den Unfall. Bro Q. Bro. Oh, der Original, Bro. Hast du Raw gesehen am Montag? Ja. Ich hab's nicht am Montag gesehen, aber... Ja, ich hab's auch am Dienstag gesehen. Sag nicht, hier muss man von hier fotografieren, ey. Oh. Sagt er kurz erstmal das hier noch? Ja. Das könnte nochmal wichtig sein. Ne, wo's. Oh, von welcher Seite muss man den denn knipsen, ey? Mann, warum kann das nicht einfach mit der Kamera wieder hinter ihm sein? Ach, furchtbar, ey. Ich hab keine Ahnung. Oh, Mann, oh. Ich muss jetzt von der anderen Seite gehen. Dass die Kamera aber auch dann... Oh, Gott sei Dank, ey. Ich weiß doch, wo ich knipsen muss. Okay, dann mach mal die Unfallskizze. Ja, toll. Der ist hier, ne? Ja, irgendwo da, genau. Ne, da musst du auch so, ne? Die stehen hier nicht so zueinander. Du hast recht. Und das war zu rechten des Brusts. Hab ich's nicht mehr. Hä? Was ist jetzt passiert, ey? Das Spiel macht, was es will. Okay. Sprich mit dem Beteiligten. Ich finde auch geil, dass man den, äh, nachdem man die zweite Meinung gehört hat. Ja. Äh, nicht mehr mit dem, äh, mit der anderen Person sprechen kann. Aber guck mal, einmal ganz kurz, bevor du mit den Leuten sprichst. Sichere den Unfall 6 von 6, 45%. Das steht da immer. Gerade als du dir das zweite Ding gefunden hast, war das auf 55% gesprungen. Deswegen frage ich mich, ob hier noch irgendwo irgendwelche Lupen versteckt sind, dass wir doch noch irgendwas sehen können, wo er, was wir mit in das Gespräch reinnehmen können. Guck mal hier unter das Auto. Geht nicht. Irgendwie, ich schleiche immer so rum. Oder wenn du mal an den Leitplanken lang gehst oder so. Meinst du? Vielleicht. Weil gerade hatten wir eben diese 45%, da hast du zwei Sachen gefunden. Die Pulle und noch das, was wir nicht identifizieren konnten. Aber hier ist auf jeden Fall nichts. Da ist wirklich nichts. Nur diese 45%, das irritiert mich. Und das ist vielleicht der Grund, warum wir das nicht auf, aufklären können. Aber hier an den Leitplanken ist doch nichts. Da ist auch nichts, ne? Nee, aber da war ja gerade auch nichts. Und irgendwas müssen, müssen diese 45% ja bedeuten. Wannst du, gib mir einen Tipp, wenn wir jetzt... Nee. Noch nicht ganz. Ich schaue mich weiter um. Der hilft doch gar nicht, ne? Der macht überhaupt nichts. Der steht die ganze Zeit nur rum, der Sack. Also ich würde ja sagen, es beginnt ja erst hier, ne? Deshalb sichert man ja da, dass man... Ja, keine Ahnung, Jörn. Ich weiß es nicht. Ich sehe hier nichts. Das fällt mir jetzt gerade besonders dahingehend auf, weil du gerade zwei Sachen aufgehoben hast. Und wir bei 55%... Ey, da hätte ich doch auch nicht noch mehr aufheben können. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber irgendwas, irgendwas muss es da noch... Das gibt es doch gar nicht. Was machen wir denn da nicht korrekt? Tja. Kennt irgendjemand einen Polizisten? Warte mal, das ist einmal der Typ. Das ist nur Annabern, aber nicht... Wem wollen wir denn erst ansprechen? Den, dem Busfahrer? Oder den anderen? Das ist doch der Busfahrer. Würde ich auch sagen, ja. Die stehen ja auch, glaube ich, immer so wie die... Autos, ja. Ja. Eindeutig stehen die wie die Autos. Ja, das... Der Pkw ist ja wohl angefahren worden. Also ist der... Als der von der Spur hier kam. Ja, deswegen glaube ich schon, dass... Der Pkw... Aber Winkel, aber... Ey, eigentlich jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt guck dir mal an, wo der angefahren wurde. Also, wenn du so angefahren wirst, müsst du doch eigentlich vom Bus... ...muss diese Spitze eingedötscht sein, um anzufahren. Und der Bus kann nicht da hinten eingedötscht sein. Sonst müsste der doch irgendwo vorne oder hinten eingedötscht sein. Das geht doch gar nicht. Ja, da muss der Busfahrer besoffen sein. Er muss die Stelle ja von dem anderen Unfall her rühren. Das geht doch echt gar nicht. Das kann doch gar nicht so stattgefunden haben. Wir kommen hier, glaube ich, einen ganz großen Komplott auf die Spur. Also, irgendwas geht hier nicht. Die beiden stecken wahrscheinlich unter die Decke. Irgendwas stimmt hier nicht. Da hilft, glaube ich, nur das Feuer eröffnen. Mit wem soll ich zuerst reden? Kann ich nicht. Ich habe versucht, die Waffe zu ziehen. Geht nicht. Dann rede ich zuerst mit dem Busfahrer. Okay. Mich nervt das mit den 45 Prozent. Hallo. Erzählen Sie mir doch bitte, was vorgefallen ist. Dauert das noch lange? Ich muss ganz dringend woanders hin. Boah, verlieren. Da Sie maßgeblich an diesem Unfall beteiligt waren, werde ich Ihnen nun ein paar Fragen stellen. Wollen Sie lieber auf unserer Wache befragt werden? Dann bringen wir das jetzt eben hinter uns. Boah, wie ätzende, Alter. Auf der Straße sind Bremsspuren, die belegen, dass Sie zu schnell unterwegs gewesen sind. Und? Ist doch nicht verboten. Bei hohem Verkehrsaufkommen kann es zu Unfällen führen, wenn man zu sehr aufs Gas tritt. Das stimmt wohl. Also sind Sie ein wenig schneller gefahren, weil alle anderen so langsam gewesen sind? Hören Sie, ich habe es wirklich eilig. Es war überhaupt nicht meine Absicht, in ein anderes Auto zu knallen. Fällt Ihnen sonst noch etwas an? Eben, der Typ denn da. Da waren wir jetzt halt da. Da brauchen wir noch mal einen Sprung. Wir gehen der Sache nach. Haben Sie sonst noch etwas bemerkt? Wir haben doch gerade schon... Abstand. Haben Sie den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand eingehalten? Habe ich nicht wirklich drauf geachtet. Denken Sie doch noch einmal darüber nach. Ich bin sicher. War es das jetzt? Wir überprüfen das. Ich bin sicher, dass ich nicht drauf geachtet habe. Ja. Da waren wir, so quatsche ich nicht. Danke für Ihre Aussage. Ich melde mich, wenn ich weitere Fragen habe. Das sind immer noch 45%. Ich hätte jetzt gedacht, dass es da auch mit höher geht. Was ist hier passiert? Der Typ ist mir draufgekracht. Ach, ich bin nicht kalt. Waren Sie eher gemächlich unterwegs? Ich bin konstant 130 gefahren. Also gab es nun wirklich keinen Grund, warum man mehr aufgefahren ist. Ist ja nicht aufgefahren. Haben Sie sonst noch etwas bemerkt? Abstandverkehr. Ist der vorgeschriebene Mindestabstand eingehalten worden? Der Typ hat mir schon die ganze Zeit dermaßen an der Stoßstange geklebt, dass irgendwann was passieren musste. Das würde zu den Spuren passen, die wir gefunden haben. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Jetzt steht wieder eine neue Dialogoption. Aber ich habe keine. Soll ich Ihnen auf die Warnweste erst noch ansprechen? Ja, sprich mal drüber mal an. Haben Sie eine Warnweste dabei? Sie müssen sie tragen, wenn Sie Ihren Wagen an der Autobahn verlassen. Oh, Sie haben völlig recht. Muss mir wegen all der Aufregung wohl entgangen sein. Passiert ganz bestimmt kein weiteres Mal. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? War zur Zeit des Unfalls viel auf der Straße los? Der Verkehr war ziemlich zäh. Es waren viel zu viele Laster unterwegs. Sie mussten nicht möglicherweise mal plötzlich bremsen? Natürlich musste ich ab und zu mal bremsen. Sagt genau dasselbe, was Sie hatten. Ja, das ist perfekt. Oh. Kam es deshalb möglicherweise zu dem Unfall? Ich habe ganz bestimmt nichts falsch gemacht. Haben Sie sonst noch etwas bemerkt? Von meiner Seite gibt es sonst nichts. Danke für Ihre Aussage. Ich melde mich, wenn ich weitere Fragen habe. Ja, habe ich die jetzt festgenagelt oder nicht? Überlegst vor mich. Dieses Nachvollziehen, das war in blau. Es gibt noch etwas, das ich ansprechen muss. Es gibt noch etwas, das ich ansprechen muss. Ach, was? Da Sie Ihre Warnweste an der Autobahn tragen, schützen Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Wir haben ja mal uns aufgelevelt im Social-Bereich. Das war bestimmt dieses Empathie-Ding, dass wir diese Option hatten. Bestimmt hätten wir das machen sollen. Wieder nichts, ey. Wir haben nur die Bremsspur, ey. Die Kollegen machen das dann schon. Yeah. Ich bin ein zu schlechter Bulle, ich kriege das nicht hin. Äh, Polizist. Hopp. Mann. So, wir mal weg hier, Leute. Ja, dann hol dir selbst noch mal so ein Auffahrung. Mal jetzt auch. So, wie ging das hier noch mal? Ah, ja, das ist die Karte. Oh Gott. Ja, oh Gott. Guck mal. So schnell habe ich es geschafft. Ja, ich war ja auch schon fast drauf. Gar nicht. Klar. Ich war der. Nicht? Ich habe nicht hingeguckt. Das wird nicht so. Ich liebe die Musik für das Spiel. So, ich behalte die Weste einfach an. Ja, lass sie an. Die wirst du noch eine Weile lang brauchen. Bis wir endlich mal einen Fall gelöst haben. Ich vermute, bis 22 Uhr wirst du diese Weste doch brauchen. Wir lösen jetzt die ganze Zeit nur Fälle. Oder versuchen. Axel Foley, ich löse den Fall auf jeden Fall. Ich löse den Fall. So heißt das der erste Beverly Hills Cop in Deutschland, ne? Ja. Beverly Hills Cop, ich löse den Fall auf jeden Fall. So, bevor ich mir den Fall hole, muss ich leider einen Donut nehmen. Ja, aber quatsch die nicht wieder alle anderen. Die haben die Scheiße, ja. Boah, mit drei Bissen zieht er sich den ganzen Donut rein. Ich schaffe es in zwei. So Chekhov oder so? Ich mache es jetzt. Ne, das ist Scotty. Scotty. Okay. Was ist es angenommen? Ja. Ja, ja, ist gut. Ausfahrt Flohendorf, da waren wir doch gerade. Das ist ja, da fahren sie ja ständig. Ungelogen eher das, ne? Ja, da kannst du auch, ja stimmt. Ich gehe immer, ich bin immer an der Trainings-Area rausgejagt. Wir kennen uns gut aus in unserem Revier. Das ist voll das große Gebäude, aber irgendwie gibt es da nichts. Ja, guck mal wie riesig das Teil ist. Ja. Und wir nutzen quasi ein Zimmer davon. Es hat einen Auffauunfall gegeben. Wer übernimmt? Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Kann man eigentlich keinen coolen Slide-Move machen? Ey, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist halt eine Realität, ne? Das ist Autobahnpolizei, nicht Mario Kart. Ja, das geht doch auch mit echten Autos. Ich weiß. Ey, du hast bestimmt nochmal haargenau denselben Unfall, den ich gerade hatte. Ja, mega. Weil du wirklich diesen Weg auffahren musst. Der schliggert da so rum. Ja, das fängt schon gut an. Der schliggert, aber ich will nicht bremsen. Der bremst hat Angst, Jörn. Einfach drauf. Wow, das war knapp. Ja. Fast vor dem Begrenzungs-Area. Das ist so ein Eck-Area-Wagen-1. Inzwischen wissen wir, dass zwei Fahrzeuge in den Unfall versichert sind. Verstanden. Ey, die hat auf einmal... Habt ihr sonst noch was für uns? Es war auch irgendwie so ein Glitch-Ding da da irgendwie drin. Was machst du denn da? Ja, ich wollte... Da steht, Türen sind blockiert. Du kannst ja nicht fahren. Ja, ich weiß, aber das waren dann drei. Das ist doch scheißegal. Lass doch. Gibt's Wichtigeres als im Bahntreib. Da ist ein Unfall passiert. Ja, hier. Du musst Leute kümmern. LKWs überholen. Brumm. 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 Sehr gut. Ey, das ist noch eine Tanke, ob man da auch Donuts holen kann. Stimmt, aber ich kann ja nicht ausschneiden, deswegen. Du bist falsch gefahren. Oh, ich hab gar nicht geguckt, ey. Ja, hab ich bemerkt. Ich hab einfach nur nach vorne geguckt, nicht auf die Karte. So, wo sind wir jetzt lang, ja? Okay, die nächste rechts. Der Kartenach halt. Brumm, 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 Brumm. Und... So, das ist voll geil, dass alles in dieser Welt so fest ist, dass du damit nichts anstellen kannst. Aber trotzdem gibt's keine Verletzung oder Beschädigung an meinem Fahrzeug. Na, sei froh. So, nicht, dass du so hochgebombt wirst, wie ich beim letzten Mal. Nein. War knapp. So, erstmal Unfall sichern. So. Dann gib mir mal so ein Moppet hier. Ich muss wieder nur vier aufstellen, okay? Boah, da komme ich nicht drauf vorbei. Oh, geil. Ja, das war auch nicht so gedacht. Egal. Da ein hin. Und hier, zack. So, jetzt hast du 38 Prozent. 50 Prozent hast du jetzt schon geschafft. Ja, 50 Prozent. Da liegt was, da liegt was schon da vorne. Ja. Ja, klar. Na, das Zeug ist ja nicht ohne. Ja, das ist wieder Alkohol. So, jetzt habe ich immer noch 50 Prozent. Da hat sich nämlich nichts getan. Ah, Bullshit. Wie geht nochmal die... Da ist wieder... Da. Ja. Guck mal. Das könnte nochmal richtig sein. Ja, dass es schnell war wieder. Ähm, wie kann ich die Kamera nochmal... Mit X. Ach, guck mal. Das wäre ja direkt richtig. Nichts anderes habe ich erwartet. Guck mal, ob ich die von hinten fotografieren muss. L2 und R2 sind zum Pausenrein. Zoom mal lieber raus. Falsch. Du hast du dich... Echt? Ja. Also. Dann wird er den auch von vorne wieder... Ja, muss ich wieder von vorne. Das ist total schwachsinnig, ey. Das ist, weil man doch eigentlich den Unfall fotografieren will, oder nicht? Ja. Ja, was. Wir haben alle vollkommen unterschiedliche Nummern-Schilder. WSU, MBK, Bro war gerade. Ich habe schon alle gemacht. Das ist der BMW. Ja, klick mal erstmal auf den Wagen da drauf. Dann weißt du es erst richtig. Nicht auf den, auf den grünen. Dann weißt du, welcher das ist. Siehst du? Das ist der... Das ist der hintere. Das ist der vorderen. Ach, der vorderen. Ja, okay. Alles klar, ja. Genau. Jetzt musst du den hinteren da machen. Das musst du einfach mal hier so stellen, ne? Ja, ich glaube so eher. Ja. Oder... Trial and Error. Das war es schon. Ja, wundervoll. Wir sind. Man kann schon mit denen labern. Wir haben beide eine Wagenweste an. Das hatten wir noch nie. Das ist der Superlamp. Das ist nichts. Ich schwöre dir, da ist nichts. Du hast Dialogoptionen jetzt schon einmal für den Schnappo und einmal für zu schnell fahren. Wenn sie die vordere ist, dann ist sie diejenige, die zu schnell gefahren ist mit den Bremsspuren. Das war bei dem Bus gerade auch. Dann wäre es vielleicht sinnvoller, erst mal die hintere zu befragen, oder? Ja, machen wir mal. Guten Tag. Können Sie mir schildern, was aus Ihrer Sicht geschehen ist? Ich habe noch versucht zu bremsen, aber es ging alles so schnell. Ich weiß nicht mal, wo das andere Fahrzeug so plötzlich hergekommen ist. Ja, was ist mit Ihrem Gesicht? Was ist mit seinem Gesicht? Reifenspuren. Ja, erst mal die Reifenspuren, ja. Auf der Straße sind Bremsspuren, die belegen, dass sie zu schnell unterwegs gewesen sind. Die Rotterwuchse sind Bremsspuren. Dann war ich eben ein bisschen schneller. Na und? Bei hohem Verkehrsaufkommen kann es zu Unfällen führen, wenn man zu sehr aufs Gas tritt. Das ist die doch die Vorderung, hä? Äh, mach mal anzweifeln. Das lässt sich leicht nachprüfen. Schließlich sind nicht nur sie in diesen Unfall involviert. Tja, nun, möglicherweise war doch etwas mehr Verkehr. So was nervt total. Äh, vermuten, ja. Also sind Sie ein wenig schneller gefahren, weil alle anderen so langsam gewesen sind? Das passt das ziemlich gut zusammen, ja. Guck mal hier, ey. Hat nur leider nicht ganz so toll geklappt. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Sollen Sie noch mehr fragen, oder? Mach mal A, weitere Möglichkeiten einmal. Wir müssen die ja noch irgendwie auf die Flasche Alkohol ansprechen. Mhm. Ich habe das hier am Unfallort entdeckt. Gehört das Ihnen? Keine Ahnung, wem das gehört. Dräng nachher. Dräng, dräng, dräng. Sind Sie sich wirklich sicher? Ich bin sicher. War's das jetzt? Also schön. Dann, ähm, mal Geschwindigkeitenabstand und sowas hat man ja auch noch. Wie schnell sind Sie gefahren? Keine Ahnung. Normal eben. Wir überprüfen das. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Das ist geil, wenn Sie vorher schon, äh, zugegeben hat, dass Sie, äh, zu schnell war. Haben Sie den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand eingehalten? Hab ich nicht wirklich drauf geachtet. Na, Hagen. Sind Sie sich wirklich sicher? Ich bin sicher. War's das jetzt? Wir überprüfen das. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Wenn man zwischen beiden hin und her gehen muss, vielleicht manchmal bei den Sachen. War am besten brauchst du dann nicht mehr. Vielen Dank. Das war's erst mal. Oder? Ich komme auf Sie zurück, wenn sich etwas Neues ergeben. Müsste man fürs nächste Mal nochmal drin haben. Es scheint ja ein sehr ausgeklügeltes Spiel zu sein. Können Sie mir schildern, was aus Ihrer Sicht geschehen ist? Sieht man das nicht? Man ist mir reingefahren. Äh, Abstand. Ja, warte mal. Weitere Möglichkeiten einmal. Nee, dann geh nochmal zurück auf Geschwindigkeit. Weitere Möglichkeiten wieder? Dann X. Wie schnell sind Sie gefahren? 100 oder 120, jedenfalls nicht zu langsam. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Wollen wir noch mal Alkohol? Okay. Gehört das Ihnen? Nein, noch nie gesehen. Dring, dring, ja. Und Sie sagen auch ganz bestimmt die Wahrheit? Leider habe ich trotzdem keine bessere Antwort für Sie. Verstehe. Ah, hm. Wie nah war das andere Fahrzeug an Ihnen dran? Die Idiotin hinter mir hat total gedrängelt. Dazu haben wir bereits Hinweise entdeckt. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Noch ein Hinweis. Ja. Wie war der Verkehr zur Zeit des Unfalls? Alles normal. Kein Stau, nur hin und wieder LKWs. Ja, vermuten. Sie mussten nicht möglicherweise mal plötzlich bremsen? Wollen Sie mir nun den Unfall anhängen? Ich bin das Opfer. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Bin besoffen. Das sehe ich doch halt in Ihrem Inneren. Danke. Das sollte es für den Moment gewesen sein. Man muss das, glaube ich, wirklich machen. Bleiben Sie bitte in der Nähe, falls wir weitere Fragen haben. Da gibt es nicht mehr die Option, danach zu fragen. Da war doch jetzt gerade, da stand neue Hinweise. Ich gucke gerade mal. Ja, nee, neuer Hinweis wäre eine neue Option, um mit der zu labern, glaube ich, oder? Weiß nicht. Ich gucke kurz die mal nach. Ich spreche jetzt auch trotzdem nochmal ab. Das ist nichts. Hören Sie mal. Es gibt noch etwas, das ich ansprechen muss. Es gibt noch etwas, das gedrängelt wurde. Jetzt steht nur noch Warnweste da. Ja, kannst nicht mehr. Das ist doch ätzend. Woher soll man denn wissen, mit wem wir vor... Warum kann man das jetzt nicht nochmal fragen? Warum kann man nicht hingehen und sagen, das ist so, als ob eine Realität... Ich bekomme jetzt was gesagt, aber ich kann es nicht mehr anbringen, weil ich vorher schon mit Ihnen geredet habe. Das geht jetzt nicht mehr. Das finde ich auch super ätzend. Er hat gesagt, er hat noch Hunger. Ja, tut mir leid, ich kann ihn nicht fragen, ob er noch was essen möchte. Ich habe schon mit Ihnen geredet. Ich komme auf Sie zurück, wenn sich etwas Neues... Ich habe ihr jetzt erstmal gesagt, dass sie eine Warnweste tragen muss. Nur, um sie zu schikanieren. Ja, kannst schon wieder zu deinem Kollegen gehen. Ach, scheiße, ey. Jetzt werde ich... Na ja, die Kollegen machen das schon. Ich habe alles, was ich brauche. Was hast du herausgefunden? Die hintere Fahrerin war sehr schnell unterwegs und soll gedrängelt haben. Hat sie das bestätigt? Oder hast du weitere Beweise dafür gefunden? Mehr habe ich leider nicht. Okay. Na ja, die Kollegen machen das dann schon. Mann, ey! Es nervt. Ey, wie viele Auffahrunfälle wollen wir noch machen, ey? So, also jetzt nochmal mit hin und her switchen, ja? Ja. Da fährt erst mal ein leerer Bus. Es gibt dich mal, ich soll wieder hin. So. Scotty, beam uns da rüber. Wie kann ich das jetzt endlich schaffen? Ich will das haben. Ey, können wir eigentlich... Wir haben das Level 16. Wir können doch bestimmt wieder aufsteigen. Mach doch. Wo wir hätten das nochmal. Fortschreiten, ne? Wahrscheinlich. Wir haben 4.699 Punkte, um hier mal so aufzuleveln. Also wir werden schon ein paar Sachen kriegen. Boah, das kostet 250. Mach mal. Vielleicht wäre es gar nicht mal so falsch, den Wagen aufzurüsten, damit er ein bisschen stabiler fährt. Ja, was ist das hier? Alter! 500 Punkte machen wir auch direkt. Dann kannst du gleich die Reifen daneben nochmal. Mal auch. Was auch immer das bedeutet. Alter! Zivilfahrzeug, Polizei, das brauchen wir jetzt nicht machen. Die Sachen haben wir ja alle noch nicht. Weiter, wir können Helikopter haben. Garage-Helikopter. Schall den Helikopter frei. Jetzt habe ich natürlich schon zu viel verbraucht, aber die Punkte kriegen wir ja schnell. Wird für manche Missionen benötigt. Ah, wird für manche Missionen benötigt. Wahrscheinlich braucht man für den Überfall auch einen Helikopter. Dann gehen wir auf Polizei SUV da links. Was steht dabei? Okay, das schalten wir auch nur ein neues Fahrzeug frei. Ja, ja, dann kannst du mit den L2, R2 kannst du auf Kampf und Charakter und sowas umschalten. Schaltet in Polizei SUV frei. Da steht aber nicht, dass man damit neu... Okay, also für mehr Missionen braucht man nur den Helikopter. So, hier kann man schneller laufen. Aber was ist das hier? L2, um darüber zu gehen. Ortskenntnis. Zeitgebiet auf der Kartenhälte. Achso, das ist egal. Intuition. Verbessert Abklingzeit und Dauer. Wann braucht man Intuition? Haben wir das schon mal? Wann haben wir das schon mal gebraucht? Ich weiß nicht. Eine Intuition. Ich weiß nicht, was das ist. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob uns das hilft. Ist hier XP. Wo ist das Verfolgungsjagd? Ach, verdienen wir mehr XP durch Verfolgungsjagden? Ah, hier. Das kostet 2500, aber wir kriegen mehr XP durch Unfälle. Wir machen die ganze Zeit Unfälle. Auf jeden Fall. Ja, damit. So, 999. Das ist eine gute Zahl. Damit gehen wir jetzt in die nächste Mission. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ohne Scherz. Ich weiß nicht, wie man hier weiterkommt. Ja, wir müssen den Helikopter freimachen. Das liegt doch nicht nur an dem Helikopter. Das scheint doch, dass wir eine neue Mission kriegen. Ja, mit dem Helikopter. Aber es liegt doch nicht alleine an dem Helikopter. Schon so genervt, dass ich diesmal auch auf den Donut verzichte. Auf den obligatorischen. Ich suche jetzt eine Komplettlösung für den Autobahnpolizeisimulator. Falls es sowas überhaupt gibt. So, ich nehme jetzt noch einen kleinen Unfall an. Aber nur klein. Einen kleinen. Ja, große dürfen wir ja noch nicht. Dafür sind wir viel zu schwach. Viel zu schwache Polizisten sind wir. So, Komplettlösung. Gibt es doch bestimmt nicht. Wer spielt denn schon Autobahnpolizeisimulator? Im Test. Preview. Es ist unter Komplettlösung im Internet keine Komplettlösung zu finden. Hammer. Das Internet hat alles. Cheats und Tricks. So, dann zahl mal her. An alle Einheiten. Es hat einen Auffauunfall gegeben. Wer übernimmt? Was haben wir denn alle? Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Ja, falls wir Tipps und Tricks haben, können wir die hier einreichen. Ha. Ich habe einen Tipp. Spiel dieses Spiel nicht. Das ist mein Tipp. Gibt es denn hier so? Spieletipps ist ja normalerweise so eine Go-To-Seite, wo man irgendwas findet. Beim Autobahnpolizeisimulator findet man eine leere Seite. Verdammte Axt. Das ist das beste Spiel aller Zeiten, ey. Autobahnpolizeisimulator 3. Überraschung. Trashiger Simulator entpuppt sich als Bestseller. Hör auf. Leitstelle für Wagen 1. Es gibt keine Komplettlösung im Internet. Und ich könnte mir Videos hier angucken, die immer nur diese Scheiße mit dem Kuhunfall zeigen, die wir schon hatten. Weiter spielt das keiner. Das sind die einzigen Freaks im Internet, die das weiterspielen. Ich will einen Überfall machen. Endlich einen Überfall. Ich will auch jemanden erschießen. Fahren wir schon wieder nach Vier. Und du ziehst wieder die selten Stelle. Was soll das hier? Ja, da hast du jetzt nochmal einen Unfall gebaut. Beide haben eine Warnweste an. Muss man eigentlich immer nur sechs Hörnchen hinlegen, wenn es ein Bus ist oder ein großes Fahrzeug? Ich weiß nicht, gibt es irgendwie Straßen mit mehr Spuren? Ich würde das verstehen. Das ist dieselbe Straße. Gerade musstest du sechs hinlegen, jetzt nur vier. Nee, du musstest gerade sechs hinlegen. Ja, du musstest auch gerade vier hinlegen. Okay, aber ich musste da sechs hinlegen. Das ist dieselbe Straße, das ist genau dieselbe Stelle. Das ist nicht so gefährlich. Du musstest gerade wirklich nur vier hinlegen? Ja. Ich dachte jetzt, echt, das liegt am Bus. So, jetzt geh erst einmal ab. Ein hocher Fuß. Aber ich dachte, ganz kurzzeitig, du bist stehen geblieben. Ich dachte, das Spiel wäre eingefroren. Der bleibt so instant stehen. Aber ich dachte, du wolltest erst mal Fragezeichen gucken. Aber... Ist ja egal. Ja, ist ja auch egal. Man kann ja den Fun mit der Arbeit verbinden. Oh, guck mal. Ich denke daran, den anderen auch von vorne zu bleiben. Anders wird das sonst nichts. Das ist doch eindeutig ein BMW, oder? Ja. Aber der hat ein X drauf. Ja, und der Volkswagen ist so ein Wolfsatz. Aber ist es dann ein BMX, aber ist so ein Auto? So. So. Für 63% habe ich schon. Jetzt gucken wir mal. Was soll die Scheiße? Warum hast du denn 63%? Du hast so nichts anders gemacht als ich? Ja, weil hier gibt es wahrscheinlich weniger zu finden. Die Hörner aufgestellt. Die Sachen geknipst. Hier gibt es auch nichts. Hier gibt es nichts zum Einsammeln. Ah, so eine Kacke, ey. Wie sollst du hier... Aha, guck mal da. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Das nehme ich mal als Beweisstück mit. Es wäre ganz cool, wenn einfach gezeigt werden würde, was es ist. Es sah aus wie eine blaue Schnur. Das ist ein Schlauch, oder was? Tja, sonst ist hier nichts. Ich gucke mal nochmal hier genau in dem Auto. Ist hier noch nichts? Ne, ne? Ne. Außer das blutende Baby auf dem Rücksinn zieht. Ja, ist nicht so schlimm. Tja. An welchem Auto war die Schnur jetzt? An dem weißen oder an dem blauen? An dem weißen. Achso, du musst doch Dings machen, die Skizze, ne? Ja, an dem weißen Auto. Gut. Hier ist das weiße. Achso, das... Warte mal, das hier ist dahinter, ne? Ja. Na ja, einfach. Oh, ich habe vergessen, wo das im Wrackteil war. Ich auch. Das für den weißen. Guck mal, das, ne? Das Gute ist, dass das tatsächlich selbst ablegt. Das Schwierigste ist immer das andere Auto. Für den Fix. Das war es schon. Schön. Wunderschön. Dann kannst du mit ihm quatschen. Wunderschön. Also, die blaue Schnur war im weißen Auto? Ja. Okay. Dann... Ja, wir wissen ja nicht, wer in welchem saß. Ich sage, die hier saß in dem weißen und der in dem blauen. Okay, dann wollen wir vielleicht erst mal die Hinweise von denen in dem blauen Auto kriegen. Ja, okay. Und wir wechseln uns ab dann jetzt. Genau, aber immer nur einen Hinweis erfragen. Ja. Wenn da steht, neuer Hinweis, gehen wir erst zu dem anderen. Guten Tag. Können Sie mir schildern, was aus Ihrer Sicht geschehen ist? Ganz plötzlich kam hier etwas angeflogen. Und dann hat es gekracht. Angeflogen. Guck mal. Der gerissen ist ein Fanggurt. Ja, nimm das mal. Wir haben auf der Straße einen gerissenen Gurt zum Sichern von Ladung gefunden. Fehlt Ihnen zufälligerweise etwas? Nicht, dass ich wüsste. Irgendwer vermisst bestimmt etwas. Wir überprüfen das. Haben Sie sonst noch etwas bemerkt? Neue Dialogoptionen. Okay. Also gehe ich jetzt erst mal auf Gespräch beenden. Ja. Vielen Dank. Das war's erst mal. Ich komme auf Sie zurück, wenn sich etwas Neues ergibt. Jetzt gehst du erst mal zur anderen. Genau. Wie mühselig das ist, ey. Jetzt musst du immer die ganze Halt hin und her gehen. Erzählen Sie mir doch bitte, was vorgefallen ist. Ich bin ganz konzentriert gefahren. Aber wie das hier passiert ist, kann ich nicht erklären. Dafür ging es viel zu schnell. Okay. Äh. Gerissen ist Spanierend auch, ne? Ja. Wir haben auf der Straße einen gerissenen Gurt zum Sichern von Ladung gefunden. Fehlt Ihnen zufälligerweise etwas? Äh. Vielleicht? Könnten Sie uns bitte eine eindeutige Antwort geben? Ich habe alles richtig gemacht. Scheiße. Verdächtig. Guck mal. Das ist jetzt die Besondere. Was werden wir wohl finden, wenn mein Partner Ihr Fahrzeug noch einmal genauer unter die Lupe nimmt? Naja. Die Gurte waren nicht mehr die neuesten. Wollen Sie mir vielleicht noch mehr sagen? Ist ja nicht so, dass ich nicht gut genug gesichert hätte, aber am Alter der Gurte gemessen war es vielleicht doch nicht ganz so gut wie sonst. Das sieht mir nach der Unfallursache aus. Vielen Dank. Das war's erstmal. Okay. Ich komme auf Sie zurück, wenn sich etwas Neues ergibt. Unfallursache. Das sieht mir dann noch aus. Okay. Das sieht doch schon mal gut aus jetzt. So, und jetzt? Quatsch mal Ihnen erstmal wieder an. Es gibt noch etwas, das ich ansprechen muss. Das hat sich nicht geändert. Das stimmt. Mach mal Abstand. Hindernis? Das Hindernis? Ja, hier machen wir es einfach mal. War da vielleicht irgendeine Art von Hindernis? Ich bin nicht sicher, aber es fühlte sich an, als ob ich über etwas gefahren wäre. Dazu haben wir bereits Hinweise entdeckt. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Ja. Immer den Abstand. Ist der vorgeschriebene Mindestabstand eingehalten worden? Da war schon ein gewisser Abstand zu meinem Wagen. In Ordnung. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Nö, dann... Okay. Vielen Dank. Das war's erstmal. Ich komme auf Sie zurück, wenn sich etwas Neues ergibt. Das doof war eine Sache. Das sagt sie jetzt. Der ist viel zu nahe aufgefahren. Dann hätten wir wieder zu dem rüber gehen können. Ich möchte Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Woher willst du das auch wissen, ey? Ich mach jetzt auch erstmal Ablenkung. Ablenkung, ja. Könnte es sein, dass Sie während der Fahrt abgelenkt waren? Abgelenkt? Wie kommen Sie denn darauf? Ich hatte beide Hände am Steuer und war natürlich voll auf die Straße konzentriert. Naja, okay. Hallo Skileswims. Hi. Sind Sie sich wirklich sicher? Wenn ich es Ihnen doch sage. In Ordnung. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Ja, dann machen wir mal den Abstand. Ja, genau. Haben Sie den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand? Wir sind alle auf der Spur. Verstehe. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Okay, das war's. Ja. Vielen Dank. Das war's erstmal. Kannst du noch mal an den Autos gucken? Ich komme auf Sie zurück, wenn sich etwas Neues erliebt. Weil er meinte ja gerade, was ist, wenn ich meinen Kollegen sagen würde, dass er das Auto durchsuchen soll? Ja, das war aber wegen des Gurts. Ich weiß. Ich hatte jetzt nur die Hoffnung, dass man vielleicht noch bei Irm was da... Nee. Weiß auch nicht. Weil der Gurt ja eh beim Vorderen. Was irgendwie schwachsinnig ist, warum der Gurt dann auch beim Vorderen lag. Ja. Wenn der andere ja über Irm was drüber geknallt ist. Ja, dann kannst du ja jetzt wieder zu deinem Kollegen gehen. Ja, kacke, ey. Ja, wer weiß. Vielleicht sagt er ja diesmal, ja, das ist so und so. Sie hat's auch zugegeben, dass die Gute alt war. Ja, was anderes können wir eben machen. Ich habe alles, was ich brauche. Was hast du herausgefunden? Ladung war nicht korrekt gesichert. Deshalb hat sie die Fahrerin auch verloren und dadurch den Unfall verursacht. Gute Arbeit, Partner. Nice. Howdy. Bam. Geil, ey. Guck mal, wie viele Punkte das gibt. 2.770 direkt, ey. Voll. Gerade immer so 840. Nice. Ich schnapp mir das mal. So, wie geht's jetzt weiter? Kriegen wir jetzt neue Fälle? Dadurch? Ich sag nein. Ich sag auch nein. Ich sag, ich sag von Bus überfahren worden. Weißt du, was willst du? Ich bin ein Mann des Gesetzes. Hallo? Stehenbleiben. Ich bin ein Mann des Gesetzes. Ich soll mich einfach überfahren. Hallo? Hey? Sieh, ich war mir gehört. Schieß. Ey, kann ich nicht. Schieß auf ihn. Warte. Stehenbleiben. Ey. Da ist gar keiner drin. Das ist ein Geisterfahrer. Das ist ein Geisterfahrer. Guck mal dafür. Ey. Hallo? Da, wo ich herkomme, wissen die Gespenster sich zu benehmen. Und die Fahrregeln einzuhalten. Ich glaub, ich seh tote Menschen. Ich seh gar keine. Weißt du, was wir jetzt machen? Einmal auf 4000 Punkte kommen und den Heli freischalten. Weil da stand... Haben wir die schon jetzt, die 4000 Punkte? Nee, noch nicht. Da hast du so viel ausgegeben gerade. Wir haben 999. Guck mal nach. 2846, okay. Wir müssen noch mehr haben. Wir hatten 999. Und haben dann 2... Achso, das war ja das, was das schon zusammenaddiert hat. Egal, es ist trotzdem mehr als wir sonst. Jetzt haben wir 800 irgendwas bekommen. Jetzt haben wir fast 2000 Punkte bekommen. Wir haben immer noch keine Special 9 Missionen hier. Das ist doch scheiße. Was ist der Blau? So, das sind wir. Das sind vier. Egal, wir machen jetzt noch einen Auffahrunfall. Wenn wir den wieder richtig lösen, dann haben wir nämlich die 4000 Punkte. Dann machen wir den Heli frei. Und dann können wir... Ja, aber es hängt doch nicht nur an dem Heli. Das Spiel muss doch auch anders noch weitergehen. Das kann doch nicht wahr sein. Aber da steht doch trotzdem, dass einige Missionen dafür benötigt werden. Ich weiß, aber das heißt doch nicht, nur weil wir den Heli freischalten, dass wir sofort diese Mission kriegen. Aber das ist doch das einzige Indiz, was ich habe. Deswegen ist das der Plan, nach dem ich vorgehen will. Lass doch einfach ins Auto setzen und nach Meckes fahren. Ja, lass uns mal Donuts holen. Wir waren heute noch nicht an der Tanke. Wir haben noch keine Donuts gespricht. Da kriegen wir die mit Rabatt, ne? Ja, das nutze ich gleich auch erstmal aus. Wir haben jetzt so ein Ding geschaut. Ich will erstmal einmal noch heute einen Chef labern. Und will jetzt hier sagen, ey, hör mal. Ey, guck mal, wie er in seinem Büro rumsteht. Das ist so ein trostloses Leben, oder? Der steht da auch so gerade. Start die Wand einfach an. Denkst du so, ach ja, Wanderschicht vorüber, ey. Er hat unsere beiden Kollegen, die wir haben hier, die, ich weiß nicht mal, wie die Tante und der Typ da heißen, aber die sind auch nur hier, nur. Ey, weißt du, was ich mich wirklich frage? Glauben Sie Neuigkeiten für uns. Im Moment ist es ruhig. Gehen Sie in Ruhe Ihrer Arbeit. Ey, jetzt mal ohne Scherz. Das ist gut, dann störe ich mal nicht. Ich drücke RB zum Übersprung, das ging nicht. Weißt du, was ich mich wirklich frage? Wann ist dieser Arbeitstag hier vorbei? Es ist die ganze Zeit Tag, es endet einfach nicht. Wir nehmen immer wieder diese Mission an und es passiert einfach gar nichts. Weißt du, was das ist? Wir sind im Limbo. Das ist die Hölle? Ja. Ach cool, kann ich auch so rumfahren? Oder ist es jetzt vorbei? Guck mal, jetzt sind wir zivil. Ich mach das jetzt einfach mal. Aber vielleicht sagt er mit Leid wieder, ich sag, nee, müssen Sie aber... So, ich soll jetzt nochmal einen machen. Genau, wir wollen jetzt einmal auf die 4000... Ich will jetzt einmal einen Heli freistellen und gucken, ob das... Oder guck doch nochmal auf die anderen Missionen, ob die jetzt gehen. Nee, immer noch nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Leichter Unfall bei A75 Flohendorf. Schon wieder. Ich steige jetzt das Auto ein. Also ich kann sogar als Zivilbulle jetzt scheinbar dahin. Ich mach das jetzt einfach mal. Jetzt... Nee, will ich aber nicht. Ich gehe hier raus. Der Wagen steht hier um die Ecke. Das ist viel näher, wenn man hier rausgeht. Da, siehste? Nicht näher. Natürlich ist es näher. Nö. Ey, jetzt mal ohne Scherz. Das zum Wagen, von dort aus, wo ich gegangen bin, ist ja wohl näher als... Du bist doch gerade doppelt so lange gelaufen. Also, auf jeden Fall kürzer. Das ist kürzer. Hundertprozentig. Ich nehme die Zeit. Ja, ey, komm, wir nehmen die Zeit. Nimm die Zeit jetzt. Komm hier. Das ist dein Weg. Nimm die Zeit. Komm hier aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Okay. Ist ja wohl... Du musst ja aber auch noch... Du biegst ja auch noch in dem Büro ab. Ey, wir haben von hier rausgehend geredet. Ja, nee. Du musst sogar noch einen weitergehen, weil du noch eine Tür weitergehst. So, von hier aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, eindeutig länger. Ja, natürlich brauchst du es. Ey, falsche Kleidung. So, warte mal. Ich gehe da mal im kurzen, kürzeren Weg. Endlich geht er endlich mal den richtigen Weg, ey. Und zieht ihr mal deine Uniform an. Wir räumen so weit rum, ey. Mal hier, jetzt gehe ich erst hier in den Vorraum rein, zu Vorraums, dabei. Ja, in diesen Kursch dann hier noch mal durchgehen, um dann hierhin zu gehen. Ja, ist doch lächerlich. Ey. Geh doch dann einmal den falschen Weg da, ey. Mein Weg ist richtig. Schon Trennig. Ey, sollen wir von mir aus das noch mal zählen? Nein. Mach die Mission, da sterben Leute. Ja, die sind eh schon tot jetzt. Ist völlig egal. Ja, an Altersschwäche sind die gestorben. Weil die deinen Weg... Dadurch, dann gehst du deinen anderen Weg. Ich bin hier direkt draußen. Und dann kommt noch diese drei Sekunden Ladescruiner. Bei mir gibt es hier nicht. Bei mir bin ich einfach draußen. Das stimmt gar nicht. Bei dir kommt auch ein Ladescreen, ey. Natürlich kommt da ein Ladescreen. Ey, dann kommt der Ladescreen. So, jetzt ist das Fall. Ja, ja, komm, ey. Ey, es ist das erste Mal, dass er sich nicht zum Auto hin braucht, dass dein Kollege jetzt so weit eingeschrieben ist. Ja, weil er endlich mal einen vernünftigen Weg gegangen ist. Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Diese Polizei. Achte aufs Blaulicht, ey. Du Opa. Du Opa-Unke. So. Mit Sirene. Blaulicht, Sirene. Wirklich jetzt? Soll ich auf dem Weg noch einen anhalten? Ah, geht das, wenn man ein bisschen... Ich konnte ja auch nicht aussteigen. So geht es auf jeden Fall nicht. Ich konnte ja auch nicht aussteigen, um das Warn-Dreieck mitzunehmen. Du konntest nicht aussteigen, weil du hier warst. Ach so, Quatsch. Hier, du kommst da... Nein, das ist wirklich so. Du kommst hier nicht raus, weil... Die Tür ist blockiert, steht da. Da stand bei dir auch, die Tür ist blockiert. Hier, ich bin in der Mission jetzt. Ja, dann fahr doch jetzt einfach. Nein, warte. Ah. Ich komme ja aus dem Auto raus. Verdammt. Ich wollte nicht kacken, ich wollte wieder einsteigen. Soll ich jetzt einen sammeln? Vielleicht müssen wir solche Sachen auch machen, bevor wir was anderes kriegen. Ach nein, das... Die ganze Zeit diese doofen, diese doofen selben Missionen. Ja, aber wir wollen jetzt den Hubschrauber bekommen. Da ist es, da ist es, direkt vor uns. Guck mal hier, warte mal. Habt ihr sonst noch was für uns? Das war's für den Moment. Nee, geht tatsächlich. Verstanden. Guck mal, was geht? Ja, ich weiß es doch jetzt schon. Hast du ja gerade schon gemacht. Sammelt das Schuss-Wandreieck ein. Das holt sich vermutlich eh keiner wieder. Ich nehm's mal mit. Was ist der Sinn dahinter? Der hat sich das so in die Arschtasche gesteckt. Ja. Das war ein Dreieck. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat sich einen Arsch gefasst, als er das Ding weggebiebt hat. Und dann hat es sich aufgelöst. Er ist in Wirklichkeit... Neben Polizei ist Magie sein größtes Hobby. Und statt mit Flamagini musst du so machen und er kratzt sich am Hintern. Ich würd sagen, er ist Polygeller. Problem mal, Alter. Ich wollt nicht kacken. Ich wollt aus dem Auto raus. Ja, stimmt vermutlich. Also ich will lieber kacken, als hier aus dem Auto raus. Ja, schnell! Guck mal, ist wieder grün geworden. Kann ich fahren. Ah, blinken! Boah, ich hab nicht... Als ich gerade gefahren bin, glaub ich, nicht einmal auf die Ampel oder auf... Du hast auch nicht geblinkt! Ja, ich bin hier, aber... Ich nehm meinen Job ernst. Ich bin ein Vorbild. Wir sind Polizisten. Es geht mir einfach so... Ich dachte mir, uns zu unserem Job gehört eigentlich nur, ob wir richtig befragen oder nicht. So, dann gucken wir mal. Ich will wissen, was hier passiert. So, erst mal... Warum ist die Warnweste nicht mehr an? Als gut, weil ich doch vorher... Ich hatte doch schon meine Straßenkleidung an. Ah, blink, du warst ja gerade entziehen. Ich war mal ganz kurz nackig und dann habe ich mich wieder voll eingekleidet. Vergessen. So, als gutes Vorbild. Warnweste an natürlich. Hörnchen hinlegen. Wenn ich eins mittlerweile kann, dann das. Jetzt mal ohne Scherz. Ich habe das Gefühl, dafür wurde ich geboden. Das impliziert, dass wir das am Anfang nicht hingekriegt hätten. Das stimmt aber nicht. So, okay. Das haben wir. Jetzt Fotorei erst mal. Ja, aber man muss ja eh von vorne. Von hinten sagt er doch gleich wieder, nö, das ist nicht richtig. Ja, manchmal sagt er das auch. Also findet er von hinten auch okay. Ja, schreibt schon was dazu. Komm mal, ProQ und jetzt haben wir ProB. Ja, manchmal... Ey, achte mal. Guck dir denn mal an, wie die Sachen auf dem Asphalt sind, wenn man es bewegt. Die schweben noch kurz drüber, ne? Ja. Die schweben und haben keine Materie. Ey, du bist wirklich ein Magier. Ja, natürlich. Das ist Polygenert. Guck mal, guck mal. Alter, was ist denn da passiert? Was ist hier los? Wir sind hier in irgendeinem komischen Inception-Ding gefangen. Da vorne lief was. Ey, was ist das? Was ist das? Ein Ziegel? Ist das ein Ziegel? Na, was haben wir denn da? Ja, was haben wir denn da? Das nehme ich mal als Beispiele. Also, wenn das nicht ein Ziegel ist, enter the Matrix, ja. Warum geht es in den Games? Das wissen wir nicht. Wir verstehen es eben auch nicht. Angeblich irgendwas. Guck mal, die Autos, die schwimmen doch auch diesmal. Ey, aber jetzt mal umscherz. Was ist denn hier passiert? Jörn? Ey, ich bin bei 75 Prozent, ne? Krass. Ja, geil, ey. Richtig gut. So war mir noch nie. Meinst du, ich komme da drunter? Ey, was ist denn da passiert? Entschuldige. Das ist ja richtig geil. Ey, ich habe ein bisschen Angst. Normalerweise, guck mal, wenn ich jetzt da durchlaufe, müsste ich doch geköpft werden. Ich schwebe auch. Entschuldigen Sie. Noch nicht mit dem sprechen. Nein, ich will auch nicht mit dem sprechen. Der ist ein kleiner Hammer. Der schwebt aber nur so ein bisschen. Keine Ahnung, was hier passiert ist. So, erstmal knipsen. Was ist das für eine Welt, ey? Es klingt geil, dass das Spiel zumindest von uns immer nur noch zwei Fotos haben will. Ja, ey. Wir brauchen keinen Polizisten. Wir brauchen einen Exorzisten. Das ist ja unfassbar. Was haben wir denn hier? Das hat er gesagt, ne? Was haben wir denn hier? Fragt sich, was explosiver ist. Das war richtig, oder? Doch, richtig. Ich nehme meinen Job ernst. Jetzt mal ernsthaft, Johann. Was unterstellst du mir, dass hier irgendwas nicht richtig war? Ja, das war... Okay, das ist der Schwarze, also brauchen wir den Ruf. Der steht recht gerade dahinter, ne? So. Das war's schon. Ja, Wachtteile gibt's nicht. Okay, wir haben diesen Backstein gefunden. Genau. Mit wem soll ich zuerst reden? Gerade hat's dann zugeklappt mit der rechten Person zuerst gesprungen. Ich grüße Sie. Was ist hier passiert? Was war das denn jetzt wieder? Keine Ahnung. Stein. Wir haben gerade auch direkt mit dem Ding angefangen, ne? In Ordnung. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Ey, das ist voll verglitscht. Och, Mann. Jetzt hat sie... Oh, das ist ja scheiße. War da vielleicht irgendeine Art von Hindernis? Könnte das hier möglicherweise die Ursache sein? Verstehe. Haben Sie sonst noch etwas bemerkt? Ah, natürlich. Ey, den Fall löse ich sofort. Ich mach mal eben kurz einmal Gesprächsbeenden und Glitsch miteinander ein bisschen rupsen. Bleiben Sie bitte in der Nähe, falls wir weitere Fragen haben. Versteht ja auch gleich zwei davon. Ja. Boah. So. Ja, was hältst du eigentlich von dem Spiel? Ja, das hab ich mir gedacht. Erzählen Sie doch bitte, was vorgefallen ist. Spiels. Ladung. Ist es möglich, dass ein anderes Fahrzeug etwas verloren hat, was sie dann traf? Das werden wir sehen. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Haben Sie diesen Stein schon mal gesehen? Er lag auf der Straße. Könnte mit dem Unfall in Verbindung stehen. Ach, ey, das ist meiner. Diesen Stein hab ich noch nie gesehen. Konzentrieren Sie sich. Alles kann wichtig sein. Dass was auf Sie zukam, war das mehr. Ey, er sollte jetzt noch so eine Uhr. Das kennt mich vor ihm. Das sieht doch nach dem Stein aus, den wir gefunden haben. Danke. Das sollte es für den Moment gewesen sein. Er ist der hintere Fahrer anscheinend. Das heißt jetzt wieder, wenn ich jetzt mit ihr rede, habe ich nicht mehr die Option für den Stein. Boah, ist das geil, Alter. Nicht, dass ich wichtig wäre, weil es hat ja eh nicht geklappt gerade. Ich kann sie nur noch auf die blöde Warnweste anspringen. Guck mal hier. Da sie ihre Warnweste an der Autobahn tragen, schützen sie sich und andere Verkehrsteilnehmer. Wo du recht hast. Vielen Dank. Das war's erst mal. Wo du recht hast, wenn du mit deinem Kollegen die Kletze kriegen. Ich hab gesagt, die hat die Kettele an. Kletze, Kletze. Ich will jetzt weg, ey. Wir hauen ab. Schwillt unser Auto auch? Nein. Unsere ist es auf dem Boden geblieben. Wie glitscht das Ding. Alter, ey. Howdy. Kann das warten? Wir haben eigentlich gerade was anderes zu tun. Howdy, Partner. Hey, kommen wir nicht mal aus der Mission raus. Hey, was geht? Kann das warten? Wir haben eigentlich gerade was anderes zu tun. Jetzt kann ich die Mission nicht mal mehr beenden. Oh, nein, ey. Warte mal. Ich hab bei ihm noch nicht alle Gesprächsoptionen benutzt. Da liegt's daran. Sie gefährden sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer, wenn sie ihre Warnweste außerhalb ihres Wagens an der Autobahn nicht tragen. Danke. Das sollte es für den Moment gewesen sein. Bleiben Sie bitte in der Nähe, falls wir weitere Fragen haben. Das haben wir. Danke für Ihre Aussage. Okay, dann geht auch nichts mehr. Alles klar, okay. Wir versuchen es jetzt noch mal. Dann kommen wir nicht mal raus, dann müssen wir das Spiel beenden, sag ich dir jetzt schon. Ey, dann spüren wir was anderes, ohne Scheiß. Howdy. Kann das warten? Wir haben eigentlich gerade was anderes zu tun. Nee, haben wir nicht. Sind fertig. Ja, das ist... Kannst du zum... Versuch mal, ob ich hier wegfahren kann. Dann macht's gut. Ach man, ich hab jetzt... Ah, hier, guck mal, nein. Mission abbrechen kann man machen. Immerhin. Oh, oh. Wenn ich rausgekriege. Guck mal, da kannst du fotografieren irgendwas. Ist mir egal. Ey, das ist doch voll ätzend jetzt gewesen. Oh, das war... Wir waren auf dem richtigen Riecher. Ich find's ein bisschen lustig, ey. Ja, natürlich. Ich auch. Oh, Mann. Wir werden endlich andere Missionen haben. Das kann doch nicht wahr sein. Kleinen Drink? Ja. Ach ja. Ey, Polizeiarbeit kann einfach frustrierend sein. Ja, vor allem, wenn die Gespräche einfach wegglitschen und die Autos und... Das ist nicht so. Was? Nicht, dass das hier so draus steht. Das wackelt. Ja. Ich kann aber nur zwei Sachen halten. Pass mal auf, dass es kurz nicht umkippt hier. Hättest du es so zwischen die Beine nehmen können. Ja, das hättest du wohl gerne. Ja. Okay. Mann. Boah, Alter. Wom krieg ich denn hier die blöde Glitch-Mission? Ich wollte jetzt auch mal eine richtig machen. Weißt du, was was krass ist? Ich fühle mich wie ein echter Polizist. Die bin ich auch. So ist es also. Als Cop. Hier. Dankeschön. So. Dann bin ich mal gespannt, ob wir wieder zum vierten Mal in Folge zum selben Unfallort fahren. Weil, ey, wir sollten mal überlegen, ob sie da an der Stelle was machen, oder? Ja, es ist tatsächlich wieder Flohendorf. Das krasse an der Sache ist, wir hatten ja einmal von den 15 Fällen, die wir heute bearbeitet haben, ein einziges Mal nicht Flohendorf. Ja, das stimmt. Was eigentlich, kann man eigentlich hier ins Treppenhaus gehen? Nee, kann man gar nicht. Guck mal, was steht hier eigentlich dran? Was haben wir denn hier? Unterrichtsräume. Unterrichtsräume, Staff Rooms. Warum sind denn Staff Rooms Unterrichtsräume? Das hört sich mal auch für mich eher an, als ob diese Leute sich da umziehen können und nicht, als ob da unterrichtet wird. O.G. Aber ich finde, bei Hörzimmern geil. Zells. Büroräume. Warum können wir denn nur in die Büroräume? Ich will auch mal zu den Zellen. Irgendwie einfach nur mal mit der Lakritstange da vorbeigehen. Und dann so, na Jungs, gut geschlafen. Ja. Und dann siehst du die ganzen mit ihren Aluminiumbechern. War das auch auf jeden? Nee. Hier steht ein Wandreieck rum. Oder ist das das, was ich gesagt habe? Ich glaube auch, dass das... War das ja nicht wahr, ne? Und wir werden da unsere ganzen Wahneindrecke... Was habe ich gerade nicht gesagt? Wahneindrecke. Wahneindrecke. Wahndreiecke. Ich wahneindrecke. An alle Einheiten. Wer übernimmt einen Auffahrunfall? Ich... Wagen 1. Wir übernehmen das. Wir übernehmen das. Oh! Das war knapp, ey. Da sind wir aber haarscharf mit dem Leben vorbei. Ich finde das echt schlimm. Die Leute haben keinen Respekt vor dem Gesetz. Deutsche, sie haben keinen Respekt. Kein Respekt. Ich bin übrigens in der Situation. Der hätte dieses... Dieses helle Aufblinken kommen müssen, als wir fast gegen den LKW kollidiert. Gott, Mann. Das ist nicht mehr. So, noch ein richtigen. Und dann holen wir den Helikopter. Dann können wir einen Überfall machen. Und ansonsten... Ja! Wir können ja nicht einfach so einen Überfall machen. Das muss uns ja erstmal irgendwie vorgeschlagen werden. Sobald wir einen Helikopter haben, geht das. Nein. Doch. Ich sag dir, dass es nicht funktionieren wird. Verdammte Axt! So sowieso nicht. Wollen wir das Auto fahren? Wir schalten an den Helikopter frei. Und dann haben wir einfach nur den Helikopter freigeschaltet. Wir müssen drauf warten, dass irgendwann mal eine Mission kommt, wofür wir den mitzukommen. Nee, da kommt dann. Sie haben jetzt die Möglichkeit, an einer Mission zu fahren. Gar kein Fall. Verstanden. Hat der sonst noch was für uns? Derzeit liegen uns keine weiteren Informationen vor. Verstanden. Wir haben ja noch nicht mal einen Tag geschafft. Es ist immer noch derselbe Tag. Ja, da passiert links. Nee. Doch. Ich will den anhalten erstmal. Das kann ich nicht machen, ne? Nee, wahrscheinlich nicht, weil er da ein bisschen um ist. Aber ich konnte kurz mal mit dem Shufflen hier. Ach, verdammt. Jetzt habe ich den Jörg gemacht. Ja, ich sag doch hier links. Du sagst doch, nee. Ja, weil ich den anhalten wollte. Weg hier aus dem Weg. Wir sind das Gesetz. Ja. Verdammt. Ich habe vergessen zu blinken. So, jetzt. Jetzt darf ich rechnen. Aber wie sagt Dirty Harry noch im ersten Film, ich finde so ein Gesetz scheiße. Die Steuerung ist absolut aus der Hölle, ne? Das ist so schön. Ey, guck mal, der LKW, der hat immer noch da hinten rum. Ich habe den immer noch im Blick. Ich habe ihn immer noch im Blick, ey. Irgendwann halte ich den noch an. Das ist aber das beste Spiel, das ich hier gesehen habe. Nee, auf keinen Fall. Doch, doch. Nee. Ah, super. Das ist ein Umfall mit einer Person, oder wie? Yay. Jetzt haben wir den Glitch, dass wir nur einen haben, oder was? Der andere hat Fahrerflucht gegangen, oder was ist hier los? Oh, da steht gerade A, untersuchen. Das könnte nochmal wichtig sein. Ja, sie sind zu klein gefahren. Guckt sich das doch gar nicht an. Hat ganz woanders hingekommen. Oh, da ist noch was. War das ein Stock? Na, was haben wir denn da? Haben sie ihrem Hund einen Stock zugeworfen? Na, ist ein Dinosaurier vielleicht, wenn ich mir das so richtig angucke. Aber hier ist doch nur eine Person. Das heißt, die andere Person hat Fahrerflucht begonnen, oder nicht? Ja, oder? Er ist einfach nur gegen die Leitplanker gedischt. Scheiße. Ich habe die Umfallstelle nicht gesichert. Und jetzt ist bestimmt alles, was ich eingesammelt habe, guck mal, das ist 0%. Zählt jetzt nicht mehr dazu. Nee, aber gerade ist ja auch nicht dazugegangen, wenn wir was aufgesammelt haben. Das sagst du jetzt einfach nicht. Nee, war so. Du willst mir einfach nur gut ins Gewissen gehen. Du willst einfach behaupten, ich wäre ein guter Polizist, obwohl ich es nicht bin. Ich habe dich schon so oft in der Polizeiarbeit gesehen. Heute schon das zweite Mal. Ich bin ein guter... Ich sehe, dass du ein richtig guter Cop bist. Ich bin ein guter Detektiv. Ja. Aber kein guter Unfall... Sicherer... Sicherungspolizist mit Erfahrungsbringung da drin. Deutschland ist so langweilig. Deutsche. Ey, hallo, da gibt es schwebende Autos und schwebende... Ein Foto müssen wir auch nur machen. Aber müssen wir eh von vorne wieder machen. Aber jetzt mal ohne Scheiß, muss ich gleich eine Unfallskizze machen. Der Wagen ist doch schon immer drauf. Also ein Wagen ist doch schon immer drauf. Ne, Skizze gibt es diesmal auch nicht. Das steht doch da oben links auch sonst... Das steht doch jetzt immer... Ach doch, bearbeite... Ja, okay. Aha, ja, okay. Eins von eins. Ja, geschafft. Unfallskizze ist abgeschlossen. Steht da auch jetzt. Ich muss nur einfach mal ins Spiel gehen. Boah, das Spiel... Boah, ist das ein gutes Spiel? Nein, ist es nicht. Okay, das heißt, ich kann jetzt schon mit dem reden. Ich habe jetzt schon alles, was ich brauche. Na, wenn wir da nicht 100% schaffen. Erzählen Sie mir doch bitte, was vorgefallen ist. Schaffen wir bestimmt trotzdem nicht. Auf einmal hatte ich keine Kontrolle über meinen Wagen mehr. Hat das was mit diesem Stock zu tun? Warte mal. Ast. Also wir haben weitere Möglichkeiten, ein Wagenwestergespräch beenden, okay? Ne, das nicht. Wir haben einmal den Ast und die Geschwindigkeit. Kontrolle verloren könnte auch sein, ne? Ist Ihnen aufgefallen, dass auf der Straße ein großer Ast lag? Nein. Ist mir nicht aufgefallen. Auch nicht, als das rübergefallen ist. Haben Sie vielleicht etwas Ungewöhnliches bemerkt, bevor Sie ins Schleudern geraten sind? Jetzt, wo Sie es sagen, tatsächlich war da irgendwas, was mein Auto ins Schleudern gebracht hat. aus dem Leben gegriffen ist. Das wird die Unfallursache sein. Danke. Das sollte es für den Moment gewesen sein. Bleiben Sie bitte in der Nähe, falls wir weitere Fragen haben. Ich habe den Fall gelöst. Es gibt noch etwas, das ich ansprechen muss. Vielleicht die Entschädigung dafür, dass es gerade verglichen wird. Ja, wir haben auch hier Geschwindigkeit. Wie schnell waren Sie unterwegs? Keine Ahnung. Normal eben. Konzentrieren Sie sich. Alles kann richtig sein. Wir haben noch die Bremsspur. Das heißt, warum war es uns zu schnell? Leider habe ich trotzdem keine bessere Antwort für Sie. Das bringt uns so nicht weiter. Sehe ich auch so. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Wie kann er das hören? Er nimmt doch gar nicht im Gespräch teil, das ist zehn Meter weit weg. Soll ich nur irgendwas machen? Kontrollen. Das würde zu den Spuren passen, die wir gefunden haben. Sie wissen nicht, weshalb Sie ins Schleudern geraten sind? Ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber ich glaube, dass da was auf der Straße gelegen hat. Dazu haben wir bereits Hinweise entdeckt. Haben Sie den Ast auf der Straße bemerkt? Nein. Ist mir nicht aufgefallen. Das haben wir schon gefragt. Haben Sie vielleicht etwas Ungewöhnliches bemerkt, bevor Sie ins Schleudern geraten sind? Darf ich das nochmal machen? Ich bin nicht sicher, aber es fühlte sich an, als ob ich über... Das ist der Bus, der mich fast überfahren hätte. Das sieht mir nach der Unfallursache aus. Vielen Dank. Das war es erst mal. Ich komme auf Sie zurück, wenn sich etwas Neues ergibt. Ist dir der Warnbeste an? Ja, okay. Ah, da. Kann ich mir noch nicht mal empfinden, ey. So. Audi-Partner. Ich finde geil, dass da da über einen Ast füllen ist. Können wir los? Jetzt muss ich es sagen. Beenden, oder? Ja, beenden. Wir können los. Was hast du herausgefunden? Ein Ast auf der Straße hat diesen Unfall verursacht. Das sieht gut aus. Der Fahrer hat ihn übersehen, sodass er beim Überfahren des Hindernisses mit dem Wagen ins Schleudern kam. Gute Arbeit. Da das Hindernis nun aus dem Weg geschafft ist, sollte die Straße wieder sicher sein. Eine Schlussfolgerung von ihm. Sauer. Jetzt haben wir doch hier nochmal 1000 Punkte dazu. Jetzt gehen wir mal ins Level-System. Ja. Da. Jetzt holen wir den Helikopter. Jetzt holen wir deinen Helikopter. Schaltet. Ja. Der ist jetzt freigeschaltet. Ja. Und jetzt können wir bestimmt neue Sachen machen. Ja, viel Spaß. Dann probiere das mal aus. Ich sage, wir können keine neuen Sachen machen. Ein Hoch. Ja, ey. Die Kamera war schon mega oft in seinem Gesicht oder in den Gesichtern von den Leuten. Ja. Fahr jetzt einmal zurück in das Moped. Ansonsten würde ich sagen, wir heizen mal ein bisschen rum und halten mal wieder Leute an und schikanieren die. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es wird Zeit, dass man... Ja, wir haben jetzt genug Unfallorte. Man hat aber wieder grundlos irgendjemand Drogen anhängt oder sowas. Ich bin auch... Da wird es genug Unfallorte gesichert. Ich sage dir, dass wir keine neue Mission haben. Das, was ich weghaben will... Ja, die Weste. Weste. Ey. Ja, Kofferraum bleibt offen. Der ist eh wieder zu, wenn wir weiterfahren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Guck mal, wie schnell das geht. Ja, meinst du gänzt. Entschuldigung. Jetzt guck mal erstmal nach... Nein, nicht Donuts. Sofort danach guckt... Ja, jetzt doch die... Ja, ich wollte zum Käpt'n gehen. Guck, ob der jetzt was da ist. Es gibt keine neuen Sachen. Ich wusste es. Ich wusste, dass dieser blöde Helikopter überhaupt nichts dazu tut. Aber jetzt können wir bestimmt trotzdem besondere Sachen machen. Ich glaube, wir hängen irgendwie fest. Ich glaube, dieses Spiel geht gar nicht weiter. Jetzt guck dir den mal an. Und du möchtest sagen, wir hängen fest, ja? Der Typ hängt auch... Ey, der ist voll im Limbo, der alte Mann. Der steht da die ganze Zeit. Im Moment ist es ruhig. Gehen Sie in Ruhe Ihrer Arbeit. Ich kann das nicht mehr hören. Okay, bis später. Kommen wir eigentlich in seinen Stand? Ja, das habe ich schon versucht. Aufmachen. Bauchschmerzen. Donut. Wer auch die Rolle so wechselt schon. Weg! Donut! Mein Donut! Mein Donut! Hau ab da! Kocht dir den eigenen. Hier, kein Ladebildschirm, nämlich so. Oh, Entschuldigung. Ach, ey. Wärst du jetzt echt einfach und hältst jemand an? Ja, ich höre jetzt irgendwie an. Mach mal. Ja, die ganze Zeit. Ich meine, wir haben jetzt... Nee, ey, ohne Scherben macht Unfälle gemacht. Ich weiß, auf jeden Fall. Und wir finden nichts im Internet, wie es weitergehen soll. So, ich fahre jetzt mal hier... Rechts war man heute noch gar nicht, ne? Da, genau. Sehr, sehr elegant gedreht. Sehr gut, Herr Solka. Da musst du mich erst mal drehen. Officer. Officer. Oh, scheiße, die sind Geister. Ist ja egal. Fuck, ey. Ja. Jetzt hat es ein bisschen was von Austin Powers. Jetzt müssen wir... Der nächste Dance-Kommt, der wird angehalten. Was ist denn hier los auf der Autobahn? Nix. Nix ist hier los. Da kannst du anhalten, da kannst du irgendwas machen. Da leuchtet ihr was gelb. Kannst du das Foto vom Stadion machen? Endlich. Soll ich das letzte Mal schon machen? Alter. Ach, ja, weil der Typ aussteigen kann. Alter, der macht doch eh nix. Ach, guck mal da. Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Dieses Stadion sieht aus wie so ein Stadion früher in der Fußballmanager-Grafik bei Fußballmanager 2003. Also, was wird jetzt? So sieht das aus. Und da ist doch ein LKW der uns wobei gefahren. Den schnappen wir uns. Ja, hol mal ein LKW, genau. Boah, der ist ganz schön schnell, der LKW. Ja, der ist... Ich dachte, der wäre so weggeblippt auch. Dass der gar nicht mehr da wäre. Oh Gott, hast du kurz den Spießkopf stehen geblieben, so wie bei der hat. Ja, natürlich, jetzt mal ohne Scherz. So. Will die Xbox denn da mitkommen? LB. So, ne? Ja. Und dann möglichst nah dranbleiben, bis der Sekundenteil mal da abgelaufen ist und dann hält das an. Ey, blockier mich nicht hier. Zack. Der Penner. So, jetzt geht's aber los, ey. Jetzt holen wir uns das Schwein. Aber wir hatten ja auch noch nie einen Besoffenen. Voll langweilig beim letzten Mal, ne? Ja, wir hatten beim letzten Mal noch einen, der so ein bisschen auffällig war. Ja, aber das war nicht so. Aber erst mal... Willst du nicht erst mal... Ach nee, erst haben wir immer mit denen geredet. Erst mal mit denen quatschiert. Guten Tag. Wieso haben Sie mich angehalten? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Ey, das ist der Busfahrer, der so frech war. Das ist doch wirklich, ey. So, erst mal die Dokumentation. Bitte zeigen Sie mir Ihre Papiere. So. Erst mal Luca. Und jetzt ist mit Pizza. Und das ist auch richtig. Der Name stimmt. Das Gesicht. Das Gesicht habe ich doch schon mal gesehen. Stimmt doch mit dem auch überein. Sind Sie nicht Busfahrer? Und er darf auch das Fahrzeug führen. Wahrscheinlich ist er nur als Hobby Busfahrer. Dann brauche ich noch einen Nachweis zu Ihren Lenk- und Ruhezeichen. Das ist nur dieser Fernfahrer, ne? Aber was macht er denn da jetzt? Sonst haben wir die ganze Zeit schon mal gemacht, ob die Fahrzeiten eingehalten werden. Ach ja, stimmt, ja. Bei den LKW-Fahrern. Alles in Ordnung, danke. Sieht alles in Ordnung aus. Boah, war mal das finstere Nacht oder was ist hier passiert? Was ist denn jetzt schon wieder los? Was ist denn in seinem Bauch? Erst mal wollen wir das Fahrzeug untersuchen. Bitte warten Sie kurz. Ich muss Ihr Fahrzeug kontrollieren. Falls wir es sehen können. Ah ja, sehr schön. So, einmal hier. Ja, mitten im Mund verdreschen. Guck dir die Pupillen an, sagt es. Ja, das sieht auch ganz schlimm aus. So, das sieht gut aus. Vorhanden, ja. Sehr gut. Und, was haben wir hier? Ja, 2023. Ist auch richtig. Wie lame ist das denn, ey? Bisher war bei den LKW-Fahrern der Verbandskasten da immer okay. Alle Achsen müssen geprüft werden. Ja, danke. Das Polizistenleben ist echt spannend, ja. Wer rechnet. Ist auch voll geil. Wir stecken jede einzelne Achse auf so eine Waage. Das heißt, wir müssen immer vorfahren und zurückfahren. Bei der erleben wir endlich diese Cobra-Elf-Fälle. Ich will Explosionen haben. Ich dachte, das wäre so. Verfolgungsjagden. Okay, ist auch in Ordnung. Super lame. So, das ist auch okay, oder? Da wir Oktober 2022 haben, ja. Kann ich mir nicht so eine Fracht angucken? Doch, da war noch mehr zugucken. Du hast schon wieder das in der Mitte nicht gemacht. Boah, jetzt. Dann kannst du noch die Ansicht wechseln mit X, dann guckst du dir das Toll an. Ey, bei dem ist ja alles in Ordnung. Ja, wir finden schon was. Das ist ja voll scheiße. Das ist überhaupt HHS. Ich habe denen so ein Tütchen untergeguckt. Ja, okay. Aber guck mal, genau. Gehen wir nochmal da hin und jetzt ans Ende von dem Wagen. Da wurde vorhin eine Lupe angezeigt. Nicht da. Nach rechts wieder ans Ende. Aber da jetzt. Da, guck mal. Da ist was. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Boah. Hm. Alter. Was für die Hölle? Was? Warum nimmst du das alles mit? Keine Ahnung. Konserven. Der darf keine Konserven haben, der Typ. Wie geil ist das denn? Wir können die einfach mitnehmen. Ey, da sind Drogen drunter bestimmt. Der hat Kokain da drin. Nein, das ist einfach nur Styropor. Aber da ist Kokain drin. In dem Styropor? Stimmt. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Komm, jetzt bin ich schon hier so weit. Jetzt höre ich mich auf. Ey. Also ich bin auch dafür, dass wir alles mitnehmen. Ich stelle mir gerade vor, dass es keine Dosen sind, sondern Geldbündel. Wie viele Konserven braucht der Typ denn? Das ist doch hier offensichtlich auch die persönliche Fracht. Das ist ja nicht hinten. Das ist ja nicht auf dem... Alles Böken. Alles Böken hinten drauf. Nur Bohnen. Alles Böken. Alles Böken. Trucker essen doch auch nur Bohnen. Jetzt sind hier diese MET-Thermoskatte. Das sind auch viele einsame Stunden. Das ist lange Straßen. So, er hat mich unterwegs. Eine lasse ich ihm. Er lass sie mir eine. Hier ist nix. Ja, die eine darf er behalten. Aber okay. Die ganzen Maden, die er da hat. Oder weiße Erdnüsse. Können das auch sein. Das sind wahrscheinlich weiße Erdnussclips, würde ich sagen. Du kannst dir noch mehr natürlich angucken. Hier sind ja... Das ist sicher. Okay, da auch. Ja. Okay, das war es dann. Ja, okay. Habe ich nur die eine Dose gelassen, ey. Stimmt die geladene Fracht mit den Papieren überein? Sobald du dann... Ah, hast du dir in den Papieren die Fracht angeguckt? Nee. Dann mach mal ein Nein einfach. Ist falsch. Verdammt, stimmt überein. Ja, wer hätte das wissen können. Aber auf der anderen Seite noch, ob da auch... Cola war das. Cola. Woran siehst du das? Hier. Fricklcola. Ah, okay. So, Junge. Das wäre voll witzig. Das wäre wirklich witzig, wenn man die Dosen schütteln könnte. Ey, der ist doch voll... Damit ist die Kontrolle fast beendet. Sie haben aber keine Fracht mehr. So, jetzt mach mal Alkohol, Drogen und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Erstmal Alkohol, oder? Ja, ja. Sind Sie mit deinem Atemalkoholtest einverstanden? Hm, da komme ich doch sowieso nicht drum rum, oder? Aber ich glaube, mit dem ist alles in Ordnung. Der Typ nervt mich, ey. Der ist... So unbescholten kann kein Bürger sein. Ich hole mir noch ein Stück Pizza. Ja. Der Fahrer hat nicht getrunken. Verdammt nochmal. Alles in Ordnung. Sie haben wirklich nichts getrunken. Es gibt jetzt 100 pro noch einen Drogentest, ey. Haben Sie Drogen oder andere Rauschmittel konsumiert? Würde ich nie tun. So. Guck mal. Seinen Mundschmatzen, das hat er. Seine Pupillen sind doch auch voll... Voll erweitert. Und guck dir mal seine Stirn an. Ja. Tatsächlich haben wir endlich mal einen. Ey. Ja, Mann. Du kriegst einen Drogentest. Du kriegst einen Drogentest. Du bist 100 pro drauf, ey. Negativ, negativ, negativ. Komm, positiv, positiv. Nice. Wir haben dich. Jetzt haben wir dich. So, weißt du... Der nimmt musst du Opiate, der mal die ganze Zeit nur Cola trinkt. Sonst kann er nicht schlafen. Kenn ich. So. Kontrolle beenden, Junge. Was ist mit Fahrzeuguntersuchung da noch? Jetzt wird er verhaftet. Hab ich den Fahrzeuguntersuchung noch gemacht? Ja, aber weil das noch da stand. Ja, aber... Genau, Verhaftung, nicht verhaftet. Du kommst jetzt erstmal in... Du kommst in der schwedischen Gardin, ey. Wir nehmen sie mit zur Wache, da sie unter dem Einfluss von Drogen nicht fahrtüchtig sind. Ich, ähm... Was wollten sie noch gleich von mir? Boah, es war so klar. Alles stimmt an dem Fahrzeug. Es war klar. Kein Mensch ist so unbescholten. Ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt. Und jetzt haben wir ihn. Das war das Tütchen, was ich ihm untergeguckt habe. Ja, der hat gefunden. Käpt'n. Sauer. Ein Drogentest wurde richtigerweise angeordnet. Das ist auch geil. Das ist ja eigentlich nur, woran sehe ich das vorher? Ob das richtig ist oder nicht. Er hat jetzt Drogen genommen. Aber, naja. Was für alle deine Sache ist, wir haben einfach bisher mit jedem einen Drogentest gemacht. So, guck ihn dir an. Guck ihn dir an, ihr arme Wurst, ey. Oh, warum hätte ich mal keine Drogen genommen? Kinder, seht euch das an. Wenn ihr Drogen nehmt, das, so endet ihr. Geh mal vor seine Scheibe. Also noch ein Stückchen. Genau, bleibt mal da. Und jetzt drückt mal B. Und dann immer wieder B. Das nimmt er noch gar nicht wahr. Er ist noch so sehr drauf auf seinen Höhenfliegern. Das nimmt er auch gar nicht mehr wahr. Ja, ey. Fünf Jahre ISO-Haft auf jeden Fall. Ich hasse solche Leute. Weißt du, diese Leute, die Drogen nehmen und dann mit dem LKW fahren. Ich bin aber auch dafür, dass der heute Abend im Gefängnis einen richtig schlimmen Tag hat er. Eine richtig schlimme Nacht. Schön heute mit der Zuckerstange. Gibt es auf jeden Fall noch vom Kopf. Ey, der wird da an die Betonwand gepackt. Und dann holen wir unseren Schlauch raus. Und das machen wir ein paar Mal in der Nacht. Der wird einfach rausgerissen. Und dann, ja, du bist schon wieder zu trocken, Junge. Und dann wird er ein bisschen gequält. Ich sollte vielleicht auch einen Drogen testen. Ja, ich glaube schon. Hier Leute, ich habe wieder einen für den Schlauch. Na, ob wir es noch schaffen, den Verhafteten zur Station zu bringen? Ach komm, der merkt doch eh nix. Was will er denn machen? Gegen mich Aussagen? Jetzt habe ich da mal echt drinnen, ey. Das ist irgendwo eine Gummi-Ente. Es wäre schön, wenn auf diesen Tafeln wenigstens draufstehen würde, was man erreichen muss, um in diese neuen Missionen zu kommen. Ja. Vor allem ist es halt geil, dass du gerade im Internet gesucht hast, wie wir da hinkommen. Aber es gibt einfach überhaupt keine Tipps oder Infos darüber. Was ist das denn? Also das Einzige, was ich finde, sind Videos mit denselben Sachen, die wir schon erlebt haben. Also diese Mission mit den Kühen zum Beispiel. Aus dem Weg, Mann. Aber ansonsten nix. Ey, hier kann man auch ein Foto machen. Da vorne direkt am Polizeiräu. Erstmal den Typen weg. Erstmal muss der weggebracht werden. Man kommt nicht mal drauf. Da haben wir. Guck ich dir an, den Verbrecher. So, willst du mal wieder fahren? Unbedingt. Hier sind schnell. Einmal gucken, ob sich was geändert hat. Da hat sich aber wahrscheinlich. Ja, hat jemand Spaß. Ich habe Spaß, wenn ich hier Verbrecher einbuchte. da habe ich Spaß dran. Ich gehe mal davon aus, dass wir... Warum guckt der eigentlich immer irgendwo hier hin? Ja, jetzt haben wir noch ein Foto von dem Stadion. Hey, was geht? Was gibt's? Gibt es denn nichts, das du mir erzählen willst? Nein, außerdem hängst du doch sowieso schon die ganze Zeit. Was ist der eigentlich für ein Arschloch, ey? Hab ich vorhin schon gefragt. Das ist echt kein Kollege. Willi Wonka. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Müssen wir nochmal das machen, vielleicht? Nicht erfüllte Bonusaufgabe, nicht erfüllte Bonusaufgabe. Können wir auch gar nicht nochmal machen. Oder kann man das nochmal machen? Wir kommen nach 1 eigentlich 5 und danach 10. Ich meine, wir haben Bonusaufgaben nicht erfüllt. Daran kann es ja wohl nicht liegen, dass wir nicht im Spiel weiterkommen. Glaube ich auch nicht. Es nervt. Es nervt wirklich, dass das nicht weitergeht. Ja. Ja, keine Ahnung, ey. Das ist so... Ich finde es so komisch, dass es irgendwie so keinen Progress gibt, dass man nicht weiß, wann es weitergeht, was man machen muss. Soll ich mal mit der Rezeptionslady reden, ob die hier was hat? Der Käpt'n sagt uns ja nichts. Nimm mal geil, dass unser Blaulicht durchs Haus schafft. Ich kann mit der gar nicht reden. Hallo. Entschuldigen Sie. Arbeiten Sie hier? Sie arbeitet genauso sehr wie unser Käpt'n. Gar nicht. So, jetzt. Hallo. Die Tür ist zu. Personal Space. Was ist das denn? Da steht, ah, öffnen. Ja, das geht nicht. Was ist das denn? Ich kann es nicht öffnen. Ich raff es nicht. Keine Ahnung. Es schließt aber wirklich auf dem Markt, oder? Ja. Man kann Geld, man kann es kaufen. Ja. Unfassbar. Meist verkaufst das Spiel ever. Ey, weißt du, was ich jetzt mal mache? Hier steht ja immer irgendwie Trainings-Area. Vielleicht müssen wir Trainings erledigen. gehen wir jetzt mal hier runter. Vielleicht müssen wir tatsächlich mal sowas machen. Was ist denn Spezial? Alter, Skistand, ey. Statische Ziele. Zack. Oh, nice. Auf jeden Fall mal ballern, ey. Geht zum blinkenden Pfeil? Welcher blickenden Pfeil? So, halte LT gedrückt, um zu zielen. Mit RT schießt du. Verwende X, um nachzuladen. Wenn du getroffen wirst, nimmst du Schaden. Wie sollen die Dinger mich denn treffen? Ja, das ist jetzt... Du regenerierst dich langsam. Manche Gegner tragen kugelsichere Westen. Sie halten wesentlich mehr Schaden aus. Okay, das ist schon mal klar. Ein Schusswechsel scheitert, wenn dein Partner oder eine Geisel getroffen wird. Es scheitert ebenfalls, wenn du zu oft getroffen wirst. Außerdem solltest du vermeiden auf explosive Objekte. Was ist das für ein Actionspiel, ey? Oh Gott! Was sagst du denn? Ey, da... Wo sich die jetzt alle abballern? Es ist so unbefriedigend. Der Schuss, hör doch mal. Was muss ich denn machen? Angreifer unschädlich, okay. Da, wie unbefriedigend ist das denn? Boom! Da kriegst du dann richtig geiles Feedback. Boom! Ey, nicht mal das, kann man so annähern. Och! Ey, nicht mal am Schießen hat man hier Spaß. Mir macht's voll Spaß. Zack, ich hab 10 Stück erledigt. Alter, wer hat ne Trophäe hier geholt? License to kill? Okay, ich hab, ähm, keinen einzigen Stern bekommen dafür. Ja, 38 Sekunden, ne? Hab ich gebraucht. Das ist zu viel. Ja, ey, ohne Scheiß, mach das mal mit dem Ding. Weißt du, wie sich das steuert? Nee, nicht. Das war eigentlich keine Aufforderung, dass du es jetzt wirklich machst, aber mach's mal. Ich mach's mal. Das ist bestimmt furchtbar, ey. Ja, es ist furchtbar. Das ist beschnürtes Autofahren, oder? Gott. Das zählt schon. Das ist voll fies. Ja, eigentlich musst du nur drauf achten, dass es roh leuchtet und kannst sofort ballern. Aber natürlich schaffst du es dann schneller. Das wusste ich beim ersten Mal ja nicht. Gott. Boah, ey, wenn man da wirklich in Feuergefechte kommt, wie willst du den Gegner denn treffen, ey? Gar nicht. Wenn der sich bewegt, ist es unmöglich. Das ist ja schlimm, ey. Aber auch keine Sterne. Ja, wie schnell soll man das denn machen, ey? Naja. 18 Sekunden. Boah. Das ist 12. 15 Sekunden. Drei Sterne mit der Steuerung. Also Leute, ich sag euch eins, das ist kein Doom hier. Aber auch selbst das jetzt, jetzt haben wir das gemacht. Mission erfolgreich. Gibt's dadurch jetzt vielleicht was anderes? Mission erfolgreich, sagt das Ding. Ach, da kriegen wir doch trotzdem nichts. Rang 2 haben wir oben rechts. Haben wir schon die ganze Zeit? Rang 2 oben rechts? Ja, bestimmt. Gucken wir mal. Geh mal zum Käpt'n. Vielleicht sagt er uns irgendwas. Ja, der sagt doch sowieso nichts. Das ist kein Doom hier. Offensichtlich nicht. Er steht da immer noch auf der Stelle. Nee, der guckt jetzt zu uns. Ach da. Schön, dass sie reinkommen. Nee, hab nichts Neues. Können wir was für Sie tun? Im Moment ist es ruhig. Oh, ich dachte erst mal was anderes zu sagen. Er sagt immer, haben Sie Neuigkeiten für uns? Gehen Sie Ihrer Arbeit nach. Aha. In einem unendlichen Tag gehen wir weiterhin unserer Arbeit nach, indem wir weiterhin immer wieder dieselben Sachen machen. Immer wieder dieselben Missionen erfüllen. Ist nix. Boah, ist das scheiße. Ich steige ins Auto und hole mir jetzt auch irgendeinen, den ich drohen unter Jubel. Alter Schwede, ey. Was war hier nochmal? Warte, warum? Gute Frage. Ist gar keiner. Da kommen wir nicht rein. Ach, da können wir nicht rein. Ja, ja. Ja, auch nicht. Danke. Da ist nix. Ach, da ist das deutsche Polizisten. Das spiegelt nicht das wieder, was die wirklich erleben. Alarm für Cobra 11. Das ist der tägliche Job des Autobahnpolizisten. Was ist denn das Auto? Ich dachte auch gerade, jemand hat unser Auto geklaut. Das wäre doch mal was. Dann könnten wir da hinterherjagen. Ich finde auch geil, dass da nie ein anderes Auto steht und drin sind immer die beiden selben Polizisten. Man hört nur über Funk, über diese ominösen anderen Cops, die wir nie sehen. Die sind wenigstens unterwegs. Die haben doch was vom Leben. Wagen 2. Gibt es wahrscheinlich gar nicht. Irgendeiner sagt einfach durchs Funkgerät, ja hier ist Wagen 2. Ey, da links kannst du noch was fotografieren. Ist mir egal. Liebes fotografieren. Das gehört auch zum Spiel dazu. Ja, aber nicht zum Job. Vielleicht erhöhen wir damit unseren Rang. Und dann? Dann können wir vielleicht, vielleicht müssen wir unseren Rang erhöhen. Ja ey, wir kriegen doch schon immer Experience Points ohne Ende hier. Ey, der Typ auf jeden Fall. Der sieht aus, als ob er was zu verbergen hatte. Ich meine dich zu. Nicht mein Freund. Es hat einen Auffauunfall gegeben. Ja, hier. Kannst du annehmen, wenn du willst. Ja, machen wir. Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Wohin? Ah, umdrehen. Boah, Alter. Ich kriege so viel bei dieser Kamera. Aber irgendwie kann man das Timing mit, dass du dem Typ voll drauf fährst. Ja, wir sind schon da. Das hat einen Auffauunfall gegeben. Kein Ding. Wir kümmern uns drum. Sie haben nichts gesehen. Der ist so eine Knarre an den Kopf. Es hat hier keinen Auffauunfall. Ey, das ist ohne Scherz schon wieder Flohndorf, ne? Das ist schon wieder dieselbe Stelle, an der wir sowieso schon die ganze Zeit waren. Das ist doch scheiße. Das heißt doch Simulation. Das ist doch nicht so, dass die Unfälle immer an derselben Stelle standen. Das simuliert einfach das einfach langweilige Polizistenleben. Smack boom, smack boom. What you gonna do? Leitstelle für Wagen 1. Inzwischen wissen wir, dass zwei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt sind. Verstanden. Weitere Infos? Das war's für den Moment. Verstanden. Weil dieses Schießen, das war echt auch immer sehr glücklich. Das war wirklich übel. Und vor allem noch mit dem Purk. Ganz ehrlich, ich hab mir das Schießen natürlich schon aufgrund des Restes Spiels super schlimm vorgestellt. Ich hab's mir tatsächlich nicht so schlimm vorgestellt, wie es dann endgültig war. Ich fand's auch wirklich auch so. Man kann es wirklich, wenn man das nicht gespielt hat, kaum beschreiben, wie rotzig sich die ganze Sache hier steuert. Aber jetzt mal, auch abgesehen von der Steuerung, und das habt ihr ja gesehen oder gehört, wie wenig Spaß es dann auch einfach macht, die Waffe abzufeuern mit diesem komischen Glöckgeräusch. Und man hat überhaupt kein Feedback, kein Impact. Furchtbar. Ganz, ganz kurz einmal. Ja. Jetzt schaut das mal an. Wir haben gerade die Durchsage gekriegt, wir haben die Information, dass zwei Autos betroffen sind. Mhm. Ja. Ha. Danke. Ha. Wo ist denn der andere Wagen? Nicht schlecht, was wir da für Infos haben. Die Feuerwehr ist wieder da. Ob wir gleich wieder, hier so Date-Time mit der einen alten. Ja, die kam aber aus dem Rettungswagen. Ah, okay. Ja, vielleicht haben wir diesmal einen feschen Feuerwehrmann dabei. Ja, aber du solltest dir deine Wandels anziehen. Ja, jetzt mach ich erst mal die Hörner hier hin. Es ist wirklich unfassbar, dass wir seitdem diese Sache mit den Kühen war, nie wieder irgendeinen Story-Progress hatten. Voll schlimm. Seitdem ging dieses Spiel einfach nicht mehr weiter. Okay, guck mal, Stylesfilm wurde schon mal von seinem Cousin an den Bus-Simulator gesetzt. Wir können kein Chaos verursachen. Es ist einfach nur Busfahren. Ja. Ja, wir haben auch schon mal bei einem Freund von uns vor ein paar Jahren so einen, aber so einen Linienbus, keinen Reisebus-Simulator gespielt. Und ja, man kann wirklich nichts machen. Ast, das konnte voll viel machen. Warum? Ja, spaßig. Ja, gut, das dritte wird das Karte sein. Ja, genau, muss der von vorne. Daneben ist hier schon wieder ein Ast. Da ist auch hier, Schleifstuhl. Ja, ja, und ein Ast. Na, was haben wir denn da? Das nehme ich mal als Beweisstück mit. Na, ja, gut. Ich schätze mal, den Fall kann ich auch lösen, und dann, das könnte noch mal richtig sein. Das sage ich, wenn ich meine Katze sehe. Na, was haben wir denn da? Okay, die Sachen hier unter dem Auto zählen nicht. Okay, das hatte ich schon alles. Muss ich nur noch die Karre knipsen. Oh, guck mal, auch schon richtig gut. Okay, so, Wrackteile. Ich bin einfach nur, ich habe keinen Stimmer, wo diese Sachen liegen. Ich bin einfach nur hier so. Das ist so doof, ey. Ja, okay, gut. Er ist über den Gegenstand drüber gefahren, ne? Alter, wie sieht der aus? Hiper, hiper, hiper. Erzähl, sie mir doch bitte was vorgefallen. Das sieht aus wie eine Mischung aus H.P. Bex und Stefan Ettenberg. Ich kann nicht mehr Kontrolle über meinen Wagen mehr. Hiper, hiper. Ist Ihnen aufgefallen, dass auf der Straße ein großer Ast lag? Das ist genau das, was ich gerade hatte. Ich habe nicht darauf geachtet, ey. Haben Sie vielleicht etwas Ungewöhnliches bemerkt, bevor Sie ins Schleudern geraten sind? Ich bin nicht sicher, aber es fühlte sich an, als ob ich über etwas gefahren wäre. Das wird die Unfallursache sein. Vielen Dank. Das war es erst mal. Aber dass man damit was Charity-mäßig machen kann, ist schon vorbei, oder? Das gibt es nicht mehr, oder? So, Unfalldings haben wir jetzt schon. Jetzt kann ich noch drauf an, wenn man so keine Fragen stellen hat. So, einmal noch hier Geschwindigkeit. Wie schnell sind Sie gefahren? Hab ich nicht wirklich drauf geachtet. Denken Sie gründlich nach. Jeder Hinweis kann uns helfen. Ich kann Ihnen nur leider trotzdem nicht mehr sagen, als gerade eben. Das bringt uns so nicht weiter. Ja. Sehe ich auch so. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Die HB-Wechsel sieht ja wie dieser komische Comedian aus. Dazu haben wir bereits Hinweise entdeckt. Sie wissen nicht, weshalb Sie ins Schleudern geraten sind. Ich bin nicht sicher, aber es fühlt sich an, als ob ich über etwas gefahren wäre. Das passt zum Beweisstück, das wir bereits gefunden haben. Haben Sie den Ast auf der Straße bemerkt? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Das ist schon seit Jahren gekommen, dass das Fernsehen so zu bieten hat. Haben Sie vielleicht etwas Ungewöhnliches bemerkt, bevor Sie ins Schleudern geraten sind? Ja, ich meine, das stand schon vorher da. Das ist Parity für den Desert Passes. Das gibt es noch. Das ist ja krass. Das ist Charity. Danke. Das sollte es für den Moment gewesen sein. Das ist ja noch in seinem Review-Line, dass Sie tatsächlich, je nachdem, wenn du da acht Stunden hin und her fährst und da dieses Ding machst, möchte Ihnen noch ein paar Fragen stellen, dass tatsächlich das irgendwie eingesetzt wurde, um irgendwie Geld zu sammeln für einen guten Zweck. Sie tragen Ihre Warnweste nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es das noch gibt nach 20 Jahren. Nach 20 Jahren müssen Sie die außerhalb Ihres Wagens an der Autobahn immer fragen. Desert Pass for Hope, genau. Sie haben völlig recht. Muss mir wegen all der Aufregung wohl entgangen sein. Passiert ganz bestimmt kein weiteres Mal. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Nicht wirklich, nein. Danke. Das sollte es für den Moment gewesen sein. Der Fall ist gelöst. Bleiben Sie bitte in der Nähe, falls wir weitere Fragen haben. Jetzt fertig? Wenn wir mit der Session heute durch sind, mit dem Ding hier, habe ich, glaube ich, länger Polizeisimulator gespielt als Spiele, die mir Spaß machen. Können wir los? Achso. Unfalle verarbeiten. Ja, wir sind hier fertig. Und? Was denkst du? Ein Ast auf der Straße hat diesen Unfall verursacht. Der Fahrer hat ihn übersehen, sodass er beim Überfahren des Hindernisses mit dem Wagen ins Schleudern kam. Gute Arbeit. Da das Hindernis nun aus dem Weg geschafft ist, sollte die Straße wieder sicher sein. Ich dachte, er sagte ja sowas wie, ich habe ein Déjà-vu. Ja. Also ich habe ja heute durchaus echt viel gelacht, auch ein paar spaßige Sachen dabei. Aber jetzt ist es einfach nur noch tot. Ja, das Ding ist jetzt halt, ich habe halt keine Ahnung, was wir hier noch groß machen sollen. Ich gucke jetzt auch mal, ob ich etwas... Also ich habe halt natürlich dieses Fahrzeug hier vor uns anzuhalten, was ich auch machen werde. Gucke jetzt mal, ob ich irgendwas finde, wenn ich Überfall eingebe. Schießerei im Supermarkt hätte ich gern. Oder hier an der Zeche. Schießerei an der Zeche. Ich habe Tankstellenüberfall. Irgendwie der Ellbogen weh. Ja, von den Schussübogen gerade. Keinlich. So kontrolliere ich erst die Kappe oder labere ich erst mit? Ach, ich muss sogar erst mit. Guten Tag. Tag auch. Wie kann ich so hilflich sein? Sind die für Augen? Ich habe sie für eine Kontrolle angehalten. Ich würde gern ihren Führerschein... Boah, da kannst du dir sofort einen Ruhentest anordnen. Alter, schwierig. Lachen wir an, ey. Lachen wir an, aber jetzt haben Sie bitte genommen. Da steht Olga Essgelenk, Alter. Der Teufel. Sommer Mager, das ist doch ein anderer Name. Was ist das denn? Oho, falscher Name. Ey, was ist denn hier los? Boah, jetzt ist das zu spannend. Jetzt geht es hier runter auf jeden Fall. Da kann ich aber gerade nichts suchen. Oho, sowas hatten wir bisher noch nie. Ja gut, das stimmt. Aber alter. Hast du den Wagen geklaut und den hast du mal voll einen reingedröhnt, ey? Die Namen in Ihren Dokumenten stimmen nicht überein. Das Fahrzeug gehört meiner Schwester. Ich habe es mir nur geborgt. Wir müssen Ihre Daten abgleichen. Das wird einen kurzen Moment dauern. Bitte warten Sie so lange in Ihrem Fahrzeug. Die Prüfung der Daten ergab keine Auffälligkeiten. Ach Mann, ich dachte, die wird jetzt das Auto geklaut. Sie besitzen nicht die nötige Fahrererlaubnisklasse, um dieses Fahrzeug fahren zu dürfen. Das, äh, habe ich nicht gewusst. Wir sind hier fertig. Das ist doch Fahrzeug in der Säge. Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Wir müssen ja erstmal gucken, ob wir wieder alt finden. Bitte warten Sie einen Moment. Gibt es doch voll drauf, die Alte, ey. Klarer Reifendruck. Wir können Reifendruck prüfen. Okay, das sieht in Ordnung aus. Bei Reifendruck hatten wir noch nie, dass der nicht stimmen würde, ne? Das Vogelgezwitscher, wenn der kommt sehr schön. Ist das da vielleicht zu wenig? Ne, ich dachte, das ist auch okay. Steht das? Das ist okay. Das ist das Häkchen. Ah, okay. Macht Sinn, ja. Ah, erstmal schön Kasten Bier hinten drin, ey. Die Daffnets, ey. Die Daffnets, schön mit Alkohol gefüllt. Was haben wir hier? Oh, das hatte ich noch nie. Bisher in meinen Kontrollen war der immer abgelaufen. Aber in dem Fall ist es ja auch das Auto Ihrer Schwester. Wenn es ihr Auto gewesen wäre, wäre es schon seit 10 Jahren abgelaufen. Wir hatten einmal eins, das war 2018 schon abgelaufen. Klau mal den letzten Donut da raus, das wäre so geil. Ach, das sind acht. Sind doch alle drin. Ja, sind doch alle drin. Ich dachte gerade, das Zeichen oben wäre der Donut. Das wäre so geil. Das nächste sind nur Donuts drin. Ey, Pikachu. Das ist Pikachu. Pikachu ist auch. Ja, und ganz rechts oben ist S04. Die machen wir fertig. Möchtest du das weiter untersuchen? Halko im Sonnenbank. Ja, ey. Biegelbräu, ey. Das gute alte Biegelbräu. Das sieht aber witzig aus. Da ist wirklich so ein Biegel drauf. Biegelbräu. Und immerhin wahnreich vorhanden. Ja, okay. Ey, aber da ist ja wohl... Das ist schon mal gespeichert hier. Warum kann ich mir den Rest nicht mehr angucken? Da. So, jetzt aber. Klappt wohl. Naja, ist ja auch nicht hier, Auto. Das ziehe ich überhaupt die Knöpfe noch für eine Teil. Geht alles? Okay. Jetzt ist es nur noch ein Schild noch und dann haben wir es. Das kann... Nur noch ein Schild noch? 12, 23, ja. Das ist noch in Ordnung. Das ist noch wütig. Aber was nicht in Ordnung ist, sind ihre Blutwerte. So, wie kann ich das schon mal sagen? Wir machen erstmal einen Alkoholtest auch mit, ja? Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Natürlich, kein Problem. Was ist das mit? Die sieht aus wie der Imperator. Der Fahrer hat getrunken. Der Wert liegt jedoch unter der erlaubten Höchstgrenze. Sie sind noch unter dem Grenzwert. Aber sparen Sie sich am besten auch das eine Glas, bevor Sie das nächste Mal ins Auto steigen. Äh. Haben Sie Drogen oder andere Rauschmittel konsumiert? Würde ich nie tun. Die Augen sind ja schon mal ganz klar, ne? Aber die schmatzt nicht. Nein. Also die hat wahrscheinlich keine genommen. Also wenn wir jetzt wieder einen Drogentest machen, kriegen wir da Punkte abgezogen. Machen wir ihn trotzdem. Also die Augen sind schon wirklich, also sie sind gerötet. Hastige Augenbewegung hat sie aber auch nicht. Ja, das stimmt. Also Nase ist nichts Besonderes sonst. Der Mund ist nichts. Kopfbewegung nichts. Stirn nichts. Nee, die hat dies clean. In Ordnung. Das glaube ich Ihnen. Okay. Kontrolle beenden. Ja, die kriegt nur ein Bußgeld. Nee, die ist ja noch fahrtüchtig. Ich muss ein Bußgeld verhängen. Ja, guck mal. Alles richtig gemacht. Scheiße. 337 von 337. Warum scheiße? Ich habe alles richtig gemacht. Das ist gut. Ich meine, das regt mich auch, dass sie unter der Bußgeld war. Ja. Wir kriegen unsere Pappenheimer noch. Jetzt muss ich aber trotzdem mal gucken. Einmal jetzt hier Rang 2. Geigen wir denn im Rang auf, wenn wir hier irgendwelche Sachen noch machen? Beende eine Fahrschulherausforderung mit dem Streifenwagen. Guck mal, nächster Rang. Schieße erfolgreich zwei Geschwindigkeitskontrollen ab. Da müssen wir noch eine machen. Oder nutze 1800 XP. Und beende eine. Oder nutze, warte mal. Aber die 1800 brauchen wir nicht zu verständigen. Nein, komm. Wir machen das jetzt mal. Okay. Kauf einen Donut. Ich frage mich jetzt bloß, kriegen wir jetzt neue Mission? Ja, fahr mal nach Hause. Fahr mal nach Hause. Ich fahr nach Hause. Wenn nicht, dann geh ich einen Donut kaufen. Dann kannst du nur einen Rest machen. Dass man sowas aber auch erst durch Zufall entdecken muss. Warum gibt es dafür keine Benachrichtigung am Anfang? Das ist ja kein Zelda, ne? Es ist kein Zelda, es ist kein Doom. Was ist denn das Spiel überhaupt? Witcher 3. Ich kann dir auch mit Sicherheit sagen, nein, auch das ist es nicht. Ne, hier ist immer noch dieselbe Teil. Geh mal zum Käpt'n. Und guck mal, ob die Kollegen dir vielleicht auch was anderes jetzt sagen können. Ah, oh, du siehst ganz anders aus. Was ist denn für drei? Sollen die ein anderes sagen? Die sagt diesen genau denselben Rotz wie vorher auch. Hi Jess. Was gibt's? Aktuell ist nicht wirklich was passiert. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Das steht dieses Spiel nicht. Also wir steigen Ränge auf. Wir setzen die ganze Zeit Experience Points ein. Und es passiert einfach gar nichts. Was gibt's denn so Neues? Momentan nichts. Ist ziemlich ruhig zurzeit. Na dann, man sieht sich. Wir hängen weiter ab. Käpt'n ist immer noch voll lethargisch. Steht da rum und glotzt die Wand an. Käpt'n. Käpt'n, mein Käpt'n. So, gucken wir mal. Zum Beispiel mit Verkehrskontrollen? Unter anderem. Die sollten nie vernachlässigt werden. Aber Notrufe über Funk sollten sie nach Möglichkeit auch... Also wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Dann wollen wir sie mal nicht länger aufhalten und uns wieder an die Arbeit machen. Genau. Und danke für den Rat. Gern doch. Viel Erfolg. Wow. Er hat uns jetzt mal einen Tipp gegeben. Es gibt sogar Videos. Räuber überfallen eine Tankstelle. Ja, Videos gibt's. Videos gibt's auch. Aber so, Fortschritt. Rang drei. So, was haben wir... Spiele... Eine Verkehrskontrolle. Das haben wir ja gerade... Das ist ja easy. Eine Verkehrskontrolle ist halt, dass wir fahren müssen und dann wirklich dieses Kontrollding machen müssen. Schließe ein... Eins, egal welcher Größe, Unfälle, egal in welcher Schicht ab. Schließe eins, egal welcher Größe, Unfälle, egal in welcher Schicht ab. What the hell? Was? Erstmal kaufen wir einen Donut. Erstmal kaufen wir einen Donut. Den kauf ich noch. Danach kannst du eins, Unfälle, egal in welcher Schicht abschließen. Ja, dann nehm ich einfach einen Auftrag dafür an. Das ist ja direkt dann das Einfachste. Ich weiß nicht, ob das zählt. Sollte es doch, oder? Ja. Wenn du was sagst, ich kaufe mir jetzt hier einen Donut. Ich renne doch schon. Ne, jetzt rennst du. Ne, jetzt will ich aber... Guck mal, hier, dass du auch renn. Guck mal, so. Ich renne doch. Guck mal. Siehst du einen Unterschied? Ich sehe in beiden auf jeden Fall original Tom Cruise. Guck mal. Jetzt? Ja, und Forrest Gump. Oh, da kann ich... Guck dir seine Augen an, ey. Der blinzelt gar nicht. Ah doch, er blinzelt doch. Das ist mega creepy. Weil er ist voll fixiert. Er hat auf jeden Fall irgendwo da oben einen Punkt gefunden. Und deshalb merkt er auch nicht, dass er nicht weiterkommt. Oder? Ich glaube, du hast da irgendwo einen Punkt gefunden. Ja, der guckt doch. Der stiehlt doch voll. Ja, ich habe auch einen Punkt gefunden. Ich habe auch das Gefühl, dass ich aus dieser Spirale nicht mehr rauskomme. Da ist er wieder. So, Flohnhausen. Den Weg kennen wir ja mittlerweile auswendig. Ist das eigentlich so ein Polizeiradio, was da läuft? Ich nehme schon die erste Laterne mit. Was ist denn schon für Musik? Erstmal blinken. Da. Einfach nur geradeaus. Und auf der rechten Seite kommt da eine Tanke, ne? Ach so, ich weiß nicht. Warum weißt du das denn nicht mehr? Ich habe vergessen. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, die ganze Umgebung, das sieht einfach so aus, das ist doch wirklich Ruhrpott. Du siehst die ganze Zeit irgendwie so Zechen und irgendwelche Industriewerke und sowas. Sieht original aus wie hier Dortmund. Vor allem das Stadion. Da vorne hier ist der Lünner Wasserturm. Das Stadion. Ohne Scheiß ist alles hier. Wie der Signal Iduna Park aus. Mit Roten. Und daneben ist der Florian, der Turm. Ich muss mich ohne Scherz mal am Arm kratzen. Gleichzeitig fragen gehen. Ich gucke mal, der fährt trotzdem weiter, obwohl ich gar nicht das so drücke. Ich drücke nichts. Was zur Hölle? Warum? So, wir sind doch schon ein paar Mal zu dieser Tanke gekommen, wenn wir uns verfahren haben. Also wenn wir immer einfach weitergefahren sind. Hört ihr das aus? Ja! Kannst du dich nicht an diese Tanke erinnern? Da ist sie doch. Ich weiß nicht mehr, wo die war. Warum schlingert der denn auf einmal so extrem stark? Wagen 17, bitte kommen. Wagen 17 hört. Ein Anrufer hat uns einen verdächtigen LKW gemeldet, der in Schlangenlinien über die A50 fährt. Warum können wir das nicht sein? Ihr seid am nächsten an der gemeldeten Position. Wagen 17, was haben die hier jemals geleistet? Hey, fünf Euro, dass da drin derselbe Mitarbeiter ist, wie an der Tanken, die genau bei uns ist. Die Wette gehe ich nicht ein, weil ich nur das gleiche glaube. Aber es ist auch normal. Du warst doch bestimmt schon mal an verschiedenen Tankstellen, oder? Die läuft sich immer gleich aus. Immer derselbe Mensch. Da, da ist er. Das ist der... Äh, was ist denn? Das gefällt dir wohl. Das ist ein Corgi! Jetzt zieh die Waffe. Ja. Nein, den nehmen wir mit. 10 Euro. Ich sag jetzt sofort zu dem 10 Euro für den Corgi. Ah, das ist eine Frau, ne? Willkommen. Womit kann ich helfen? Okay. Nach Rabattfragen. Ja, ja. Ich muss das Klischee eines jeden Polizisten erfüllen. Also nehme ich einen Donut. Du bist unmöglich. Wenn Sie und Ihre Kollegen mir den Laden füllen, gebe ich Ihnen gerne ein... Ich finde, er hätte das so machen müssen. Danke. Du bist unmöglich. Guck mal, ich hab den umsonst gekriegt jetzt. So, jetzt geh mal auf... Na, das gefällt dir wohl. Ja, auf den Fortschritts... Bildschirm. Ach, du Fortschrittsbildschirm. Und guck, ob... Ja. Ja, okay. Ah, okay, deshalb. So, schließe eins, egal welcher Größe, Unfälle, egal in welcher Schicht ab. Willst du das machen? Ja, das ist halt wieder ein Unfall, ne? Ich werde jetzt... Ja, heißt jetzt erstmal rum, dann machst du einmal eine Verkehrskontrolle. So lange, bis wir irgendwie Unfallmoped bekommen. Wie kann der eigentlich da drinstehen und sagen, du bist unmöglich, wenn er die ganze Zeit hier am Auto steht? Nee, der ist wieder rausgegangen. Der war kurz mit dabei, hat seine Beefy Roll gekauft und ist wieder rausgegangen. Da ist übrigens eine Ente an der Tanke, ne? Oh ja. Oh ja. Fährst du nochmal weiter? Oder was machst du da? Die suchen wir jetzt. Entschuldigen Sie, Herr Polizist, sind Sie besoffen? Was im Hölzirfen passiert? Ja, die ist hinter der Tanke dann. Ich will eine Ente haben. Wo ist die quietsche Ente? Ich sag, die ist dahinter. Die ist in der Toilette. Ja, das kann doch auch sein. Komm ich gar nicht drauf. Nee, ist dahinter. Geht auch nicht. Nee. Aber kommst du, wenn du auf die Toilette geht's nicht? Nee. Da muss die drinnen sein. Da muss die Ente ja da drinnen sein. Äh, ob der Hund die Ente irgendwo zum Spielen hat, sag ich mal? Der hat die gefressen. Wir müssen doch den Hund töten. Sauber. Hast du ein Messer? Können wir den aufschneiden? Für Prühe. Nee, guck mal da. Du bist jetzt schon auf dem Entensymbol irgendwie drauf. Die muss da irgendwo sein. Ja, die ist vielleicht hier drinnen irgendwo. Nee, da ist die nicht. Die ist da nicht. Ich seh die nicht. Da ist eine Tiefkümpitze. Da auch nicht. Ha. Das öffnen auch nicht. Nee. Da ist der Hund. Hier drinnen auch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Hund aufschneiden müssen. Ich auch. Der hat die gegessen. Entschuldigung, haben Sie ein rostiges Buttermesser, das Sie mir leihen können? Wir möchten gerne an die... Ist das eine Verwendung für so einen Hund? Ey, der Polizist darf einfach hinter die Tee gehen, oder was? Ja, klar. Personal Space bedeutet mir gar nichts. Ich bin das Gesetz. Ach ey, weißt du was? Kacke auf die Ente, oder? Ja, ey. Du Hund, wo ist die Ente? Streichelzeit? Was hast du für ein Wort? Pizzaschneider. Streichelzeit. Was für mit so einem Pizzaschneider die Ente den Hundebauch aufwämst? Schön den Hund filetieren und gucken, ob da eine Ente drin ist. Irgendwann war ja noch keine Ente drin. Na, wir haben es versucht. Schön im Bauch vom Hund auswählen. Ja, weiß ich nicht. Das ist zu weit weg. Ja, du hast recht. Na, egal. Ja, soviel zu der Quietsche-Ente. Wir haben es versucht. Ich finde es echt immer noch unfassbar, dass dieses Spiel wirklich so aussieht, wie es aussieht und ungefähr eine 5er Framerate hat. Ey, das ist echt so krass, Alter, wie das Spiel teilweise ruckelt dafür, dass es so shitty aussieht, wie es aussieht. Du musst ja jetzt gleich einfach nur, wenn ein Auto vor dir ist, nicht auf Anhalten gehen, sondern auf Verkehrskontrolle, dass man misst, wie schnell der Wagen fährt. Und ist ja völlig egal, ob der durchfällt oder nicht, oder? So würde ich das jetzt einschätzen. Ja, so aussehen wir dann, ja. Weil wenn wir jemanden finden wollen, der zu schnell fährt, bloß Mahlzeit, finden wir nie. Ey, haben wir noch gar keinen. Nee. Ich meine, wir haben aber heute auch das erste Mal einen Drogensüchtigen gefunden. Oh, auf der anderen Seite sind 3000 Autos unterwegs und auf meiner Spur ist keiner. Ich kann die wieder fotografieren, aber das willst du ja wieder nicht. Ja, ist egal. Fotografieren bringt uns nicht weiter. Ja, ist einer. So, genau. Jetzt mal LB, LB, LB. So, dann ist es auf der anderen Seite, RT, andere und da Geschwindigkeitsmessung. Genau. Jetzt musst du abschneiden. Och, hör doch auf. Ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was zur Hölle? Ey, wie soll man das denn machen? Warum darf der denn dann durchfahren? Mann, ey. Es ist ja voll geschmiert. Es ist echt, wie will einen noch verarschen? Na, den blauen da. So. An alle Einheiten. Nein. Es wurde ein Auffahrunfall gemeldet. Ursache unbekannt. Wer kann das übernehmen? Ja, übernimm den mal. Ja, mach jetzt auch. Bedrücktheit. Er muss wahrscheinlich erst wieder aus diesem Menü rausgehen. Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Ja, dann haben wir den schon mal erledigt. Das ist auch geil. Wie schwierig ist es, bei irgendwem die Geschwindigkeit zu messen? Das finde ich nicht einfach. Guck mal, da ist der Unfall schon. Oh, toll. Jetzt muss ich einfach komplett umfahren, ey. Leichter Unfall bei Leibhausener Kreuz. Aber das ist mal eine andere Stelle. Das stimmt. Vielleicht ist es mal ein Special-Unfall. Nein, ich glaube nicht. Da gab es vorher auch eine Animation mit der Kuh und so weiter. Ja, ich weiß ich doch. Das war ja sowieso ein ganz anderer Fall. Nee. Ah, ich muss... Warte, ja, ja, ja. Das ist echt, das ist echt. Ich war hier über die falsche Spür. Ja, ist egal. Ist ja eh keiner da. Du bist ja Polizist. Du darfst das einfach so machen. Ich habe Blaulicht an. Blaulicht? Zwei Fahrzeuge sind in den Unfall verwickelt. Verstanden. Habt ihr sonst noch was für uns? Derzeit liegen uns keine weiteren Informationen vor. Verstanden. Verstanden, ey. Schön zum Leibhausener Kreuz. Boah, Alter. Ich habe es gesehen. Ich dachte auch... Jetzt hätte ich da fest. Ich dachte ohne Scheiß, dass ein Video anfängt. Dass es kurz abgestockt hat. Das ist einfach... Ja. Es liegt ein, die tun mit dem Spiel Unrecht. Heutige Konsolen kommen einfach mit dem Spiel nicht zurecht. Das ist einfach zu umfangreich. Polizeiarbeit ist einfach zu groß. Du brauchst eigentlich die Playstation 7 dafür. Ja, auf jeden Fall. Also in einigen Jahren wird das Spiel der Hit sein. Weil alle dann sagen so... Ja, mach ich dir. Weil alle dann sagen so... Ja, es ist ein verkanntes Meisterwerk. Vor allem aus seiner Zeit voraus. Konzentrier dich doch, Jörg. Boah. Jetzt aber. So, vier Stück. Ich muss immer nur vier machen. Ich musste doch gerade auch nur vier machen wieder, oder? Oder musste ich schon wieder sechs machen? Die Autobatterie ist hier übrigens nie alle. Das wird hier gemutmaßt. Ja, solange der Motor an ist oder sowas, wird die Batterie doch versorgt. Und wir machen ja auch nie den Motor aus. Das ist flaulig, läuft immer, ey. So, dann machen wir noch mal ein paar Unfallfotos, ne? Ja, machen wir. Was ist das denn da? Da, guck mal. Wo ist das doch? Das ist der Auspuff. Das ist das Auspuffmoppet. Das ist dem Auspuff. Dem Auspuff seinem Moppet. So, gucken wir erst mal, ob hier noch was drunter liegt. Ne? Bitte schön. Danke. Da muss ich erst mal ein Stückchen genehmigen, ne? Hm. Das war hier falsch. So. Okay. Oh, das ist noch ein Auspuff. Den hatte ich doch gerade noch nicht. Weiß ich nicht. Ach doch, das war derselbe. Aber. Das Auto von vorn. Ich konnte mich kaum noch konzentrieren, weil ich mich hier um ihr leibliches Wohl kümmern muss. Ja, danke. Ja, Herr Hauptmann. Herr Hauptmann. Ja, sichere. Na, das Zeug ist ja nicht ohne. Wenn das jemand beim Fahren intus hat, besser ich nehme das mal mit. Also da müssen wir wahrscheinlich dann wieder diesen Gesprächsweg machen. Das ist hier. Das muss ich doch bestimmt auch fotografieren, das Ding hier. Hast du die beiden Autos schon fotografiert? Ne, nur eins bisher. Okay. Ja, dann musst du das noch und das andere Auto jetzt. Genau, das stehe ich jetzt nicht richtig für. Ja. So, haben wir. Ich habe eine Pulle gefunden. Ich suche trotzdem, bevor ich mit denen rede und das Y-Ding mache, gucke ich nochmal, ob hier irgendwas... Ne, da ist nichts mehr dran. Nach Bremsspuren sehe ich auch nicht. Ich bin wieder sehr erwachsen. Aber es scheint... Ist unter den Autos wieder was? Du warst ja derjenige, der vorhin dieses Special-Ding gefunden hat. Ja, aber es ist nichts diesmal. Scheint nur die Pulle zu sein. Boah, das wäre echt cool. So ein Judge-Dredge Spiel würde ich auch gut finden. Ja, aber mit weniger Bugs bitte. Aber wenn da Bugs wären, dann wäre es ja nicht Judge-Dredge, sondern Starship Troopers, oder? Döndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndönd. Ich muss gestehen, dass ich gerade persönlich keinen Plan habe, wie diese Karren da stehen. Aber ich würde sagen, das ist das hintere, weil das reingefahren ist. Ja, gut. Und es steht an einer Linie sehr nah dran, ja. Oh ja. Das Gute an den Sachen ist, du kannst einfach so rumwickeln und die ganzen Dinger, das ploppt dann einfach selbst dahin. Das Schlimme ist wirklich halt einfach immer nur die andere Karre da drauf zu setzen. Danach ist es null Verlegung. Das ist keine Brankteile und kein anderes Auto. Ja, ab Unfallskipps ist es abgestoppt. So muss das sein. So, also mehr finde ich hier nicht. Ich habe jetzt die Skizze... Da, guck mal, Backstein. Stein und die Pulle. Und Alkohol. Das nehme ich mal als Beweissstück mit. Er nimmt die Steinbauer mit, die zwischen den Spuren ist. Aber er ist schon wieder hier Uri Bulli. Halt der... So, wen ich nicht zu erinnern. Der einfach wieder die Sachen verschwinden lässt. Der Kon O'Brien oder den anderen? Boah, ey, ich habe keine Ahnung. Der rechte sieht mir mehr nach Schwerverbrecher aus. Ja, komm, wir sind mit dem Kon O'Brien erst mal. Erzählen Sie mir doch bitte, was vorgefallen ist. Der Typ ist mir draufgekracht. Ja. Okay. Der Typ ist von hinten. So, weitere Möglichkeiten. Mach mal einmal kurz weitere Möglichkeiten. Genau. Alkohol und Stein habe ich. Ja. Ja. Fragen ihn erst mal nach dem Alkohol, oder? Okay. Ich habe das hier am Unfallort entdeckt. Gehört das Ihnen? Keine Ahnung, wem das gehört. Nachhaken. Drängen, ja. Drängen. Drängen finde ich auch besser. Sind Sie sich wirklich sicher? Ich kann Ihnen nur leider trotzdem nicht mehr sagen, als gerade eben. Also, schön. Der ist draufgefahren, der andere. Da war schon jetzt nichts mit neuen Dialogoptionen. Deshalb sage ich, Stein, noch nicht Stein. Dann nehmen wir jetzt den Stein. Aber er war der vordere Wagen dann, ne? Er sagt, der Typ ist mir draufgefahren, ne? Ja, genau, sagt er. Ja, also es ist nicht so, dass die immer in der Anfolge stehen. Woran willst du das denn erkennen? Ja, das weißt du vorher nicht. Dann nehmen wir den Stein. Können Sie uns etwas hierzu sagen? Naja, das ist ein Stein. Soll ich damit jetzt etwas anfangen können? Offensichtlich nicht. Verstehe. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Ja, dann gehen wir jetzt mal zu dem anderen, oder? Ja, vielleicht. Ich gehe etwas zu dem anderen. Ja. Vielen Dank. Das war's erst mal. Ich glaube auch, dass das jetzt schon war. Das ist aber auch scheiße, ey. Was ist das für ein Spiel, wo du genau in der richtigen Reihenfrau... ...sachen anfragt. Du musst halt den richtigen Typen dann auch erst mal finden. Das ist doch scheiße. Erzählen Sie mir doch bitte, was vorgefallen ist. Ja, dann lassen Sie mir ich halt. Ich bin genauso überrascht von den Ereignissen wie Sie. Eben fahre ich noch nichtsahnend dahin und dann... Bumm! Auto kaputt! Boah, das ist ein Arschloch. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Ladung? Mach mal Ladung. Könnte ein Fahrzeug vor Ihnen etwas damit zu tun gehabt haben? Von anderen Fahrzeugen ist nichts runtergefallen, soweit ich das gesehen habe. Ja, verstehe. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Jetzt nehme ich auch den Stein. Wir haben diesen Stein gefunden. Kann es sein, dass der Ihren Wagen getroffen hat? Das könnte das Objekt sein, das auf mich zugeflogen kam. Ich habe mich erschrocken und im nächsten Moment hat es schon gekracht. Wer ist so draufgefahren? Ich frage es auch nicht so ganz nachher. Nachher oder vermuten. Denken Sie gründlich nach. Jeder Hinweis kann uns helfen. Wie sah das Objekt aus, das auf Sie zugeflogen ist? Ich meine, es war... ...eine Art Rechteck. Rot oder Braun? Damit haben wir eindeutig unseren Übeltäter. Zumindest den Teil, den derjenige hinterlassen hat. Danke für Ihre Aussage. Ich melde mich, wenn ich weitere Fragen habe. Jetzt kann ich ihn auch nicht mal mit Alkohol befragen. Kannst du, glaube ich, noch. Mach mal. Nee. Geht nicht. Danke für Ihre Aussage. Ich melde mich, wenn ich weitere Fragen habe. Ja, dann kannst du nochmal den anderen mit ihm was noch fragen. Aber leider haben wir ja jetzt schon das mit dem Stein. Ja. Das ist doch scheiße. Ich melde mich, wenn ich weitere Fragen habe. Ja, weiß ich nicht, wo die ganzen Backsteine herkommen. Die haben die einfach im Kofferraum. Was ist mit seinem Arm? Macht der hier ein bisschen Robot-Dance, ey? Ich finde gut, Backsteine bei dem Spiel zu sagen. B-U-G-Steine. Davon haben wir sehr viele in diesem Spiel. Jetzt fertig. Denächst spiele ich nur noch Spiele mit Kleinstein. Ja. Kleinstein, Kleinstein. Wir können los. Was hast du herausgefunden? Dieser Stein wurde von der Brücke geworfen und hat das Auto getroffen. So kam es zum Unfall. Leider wird es schwierig, den Täter zu finden, weil der oder diejenige nun längst über alle Berge ist. Das ist doch gelöst. Du hast recht. Falls wir es hier allerdings mit einem Wiederholungstäter zu tun haben, hören wir sicherlich noch von dieser Person. Ich will den Täter zwar kriegen, aber nicht auf Kosten eines weiteren Unfalls. Dann hoffen wir wohl beide, dass es nicht so weit kommt. Und was diesen Unfall hier angeht, gute Arbeit, Partner. Howdy. Sauber. Wir haben es tatsächlich doch geschafft, ey. Sauber. Mit Geständnis vor allem. Es war ja kein Täter dabei. Ich habe noch den kleinen Unfall-Multiplikator. Das finde ich gut. Oh Mann. Okay, alles klar. Ey, Jörn. Ja? Weißt du, woran das liegt mit dem 100%? Gerade in der Statistik stand, dass du nur ein Hörnchen wirklich an die richtige Stelle gepackt hast. Und drei nur an Stellen, die in Ordnung waren. Oh. Man muss, glaube ich, darauf achten, dass der Ring grün leuchtet, wenn man es ablegt. Das ist für ein Schwachsinn, ey. Ja, sauber. Okay. Jetzt noch eine Verkehrskontrolle, dann sind wir durch. Dann bist du schon wieder einen Rang höher. Oder du kaufst den Rang. Ey, nee, nee, nee. Der rote da vor mir. Der muss leiden jetzt, ne? Der fährt zu schnell. Der ist doch eindeutig viel zu viel Gas gegeben. Aber muss ich den jetzt doch anhalten? Kannst du nicht. Kann ich schon wieder nicht lachen, ey. Der fährt doch da dann, rechts. Nee, du musst nur Verkehrskontrolle, stand da doch. Aber ist eine Verkehrskontrolle nicht den Anhalten? Dann drück noch mal auf das Ding da. Ich dachte, es wäre eine Verkehrskontrolle. Egal, ja, dann machen wir heute an. Ich dachte vorhin, es wäre Geschwindigkeitskontrolle gewesen. Aber Verkehrskontrolle ist anhalten. Ja, machen wir mal. Vielleicht kriegst du ja wieder so eine Drogentante. So eine Crack-Hure. Oh, Mann. Boah, ich habe mich noch nicht einmal gedreht hier in der Kurve. Na schön. Hast du jetzt Absicht? Hast du es extra gemacht jetzt? Das ist ein Zufall. Wo sind denn die ganzen Autos, ey? Es ist halt ein ruhiger Tag auf der Autobahn. Ich glaube tatsächlich halt, wir haben ja nicht so lange gespielt, aber das Spiel simuliert scheinbar für einen Tag wirklich 24 Stunden. An alle Einsatzfahrzeuge. Uns wurde ein LKW gemeldet, der auf der A50 Ladung verloren hat und nur die Fahrbahn blockiert. Wer übernimmt? Also was nimmt man doch nicht. Wir dürfen auch nicht so sagen. Ahahahahaha. Das ist egal. Achso, ja, du willst ihn ja einfach nur anhalten, ne? Ne, mach mal nochmal. Der hat den nicht... Den nimmt er nicht. Keine Ahnung warum. Okay, nehmen wir den da hinten. Das ist ein Weg, ey. Das ist aus dem Radius rausgelegt. Du warst zu nah dran. Keine Ahnung. Kannst du nicht erklären. Hier Wagen 6. Wir wissen nun, um welche Ladung es sich handelt. Und was ist das? Mach doch nicht. Auf der Straße verteilt liegen circa 5 torten gelbe, quietsche Entchen. Machen einen ganz schönen Krach, wenn man drauf tritt. Sieht's da, haben wir die gerade labern? Mach mal jetzt. Auch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja. Ja, der nimmt die ja... Du siehst ja schon, dass die nicht leuchten, wenn du drauf gehst. Mach mal Verkehrskontrolle einfach auf. Das geht. Hier, das meinst du. Geht auch nicht. Du kannst gerade... Doch, das geht. Dann lass mal erstmal... Mach mal die Messung auf, weil es ist ja egal. Gut. Okay, weißt du, was ich jetzt eben mache? Einmal kurz schnell Reise zum Polizeirevier. Und dann von dort aus einfach wieder weiterfahren. Ja, ja. Also das Spiel muss mal kurz Resettet werden. Ich glaube, ja. Ach. Dass so eine Woche läuft, ja. Ey, Moment mal. Was denn? So geht das aber nicht hier. Nachhaltigkeit und sowas, ne? Genau. So, einmal direkt hier runter. Machen das Autos bei dir häufiger? Also Miau Fu? Ja, nur. Das ist das Geräusch, das du gerade gemacht hast. Miau Fu? Da siehst du? Ja, jetzt geht es. Hat geklappt. Ja, ja. Ey, ich habe das gar nicht angezweifelt, dass das so passieren wird. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, was haben wir jetzt für einen Drogensüchtling? Freizeitpark. An alle Einsatzfahrzeuge. Auf der A41. Wir haben einfach die Tür zugewacht. Wollte ich machen? Wie lange du da trinkst? So. Guten Tag. Tag auch. Wie kann ich behilflich sein? Ich habe sie für eine Kontrolle angehalten. Oh, der sieht mir aber sehr fit aus. Ja, ja. Bitte zeigen Sie mir Ihre Papiere. Robin Goldschmidt. Hatten wir nicht schon mal so einen Robin Goldschmidt? Ey, irgendwie habe ich das Gefühl, den Namen hatten wir schon. Bestimmt. So, das ist korrekt. Das ist absolut korrekt. Also, der auf dem Bild hat keine Mütze auf. Ja, das ist eigentlich vollkommen möglich. Also, alleine für die Schiebermütze muss ich sie festnehmen. So, okay. Das ist alles okay. Sieht alles in Ordnung aus. Super. Der sieht mir nicht so aus, als ob er Drogen genommen hätte oder sonstiges gerade. Also, wir machen einmal Fahrzeuge oder so. Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Gucken, ob wir da schlappen finden. Wir kommen einen Alkoholtest machen. Ansonsten würde ich sagen, sind wir schon durch mit dem. Ja. Wir hatten bisher noch keinen, bei dem der Reifengrub schlägt. Was haben wir denn da? Viel tiefer umzureichend. Da haben wir gleich schon mal was. Ich darf eigentlich nicht auf der Straße fahren. Ich bin für Festnahme. Uiuiui, da auch. Junge, Junge, Junge. Was hätten wir schon mal? Also, so geht's nicht. Nummernschild ist noch gültig. 12, 23. Lichter. Der fährt nur das Blaulicht. Konktioniert. Konktioniert. Konktioniert nichts. Was ist denn mit dem Autonlohn? Was haben wir hier vorne? Konktioniert. Konktioniert. Alles klar. Wir haben schon zwei Sachen gefunden. So, dann gucken wir mal. Oh, Bier hat er auch noch. Was ist denn mit Ihrem Auto los? Hören Sie mal. Der ist noch gültig. Okay. Das ist schon mal gut. Das ist hier in der Kühlbox. Etwa gekühlte Getränke. Bananen. Und Orangen. Oder was ist das da? Ne, Äpfel. Jetzt dürfte ich ihn aufmachen. Klar. Boah, Alter. Auch selbst das ist so schwierig zu steuern. Wollen wir nichts machen. Das ist doch nicht nur Saft. Da kannst du mir erzählen, was du willst. So, wir haben einmal die Donuts wieder. Nur rosa, ne? Diesmal. Sind auch in Ordnung. Ähm, ja, wir haben jetzt Alkohol. Hat er wieder Alkoholtest. Aber sind alle noch geschlossen. Ist egal, aber Alkoholtest ist berechtigt jetzt. Ja, ist das so? Ja, steht doch da. Stand links unten. Und oben ist jetzt das Alkoholzeichen. Vielleicht hat er ja schon einen Kasten gesoffen. So, okay. Wir haben auf jeden Fall genug, um ihnen doch zumindest ein Bußgeld zu verpassen. So, da bin ich wieder. Wir sind fast fertig. Das ist so schön, dass wir nie mal einen dran zu pinnen. Das machen Polizisten so oder nicht. So, wir machen mal einmal Alkoholtest. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Na klar. Muss das sein. Nicht wirklich? Boah, klare Anzahl. Wenn Sie Ärger vermeiden und uns allen Zeit sparen wollen, dann stimmen Sie diesem Test jetzt zu. Schon gut, schon gut, dann machen wir es halt. Nein. Das ist ja nicht übertreiben. Wenn einer wieder Worte gibt, wir sind das Gesetz. Der Fahrrad getrunken muss zur Polizeistation gebracht werden. Alter, das ist viel. Unglaublich, dass Sie in diesem Zustand überhaupt noch Auto fahren konnten. Junge, Junge. Wir haben echt viel. Ja, sollen wir noch einen Drogentest machen einfach? Oder mal gucken? Haben Sie Drogen oder andere Rauschmittel konsumiert? Nein. Können wir jetzt vielleicht auch rumschmatzen und sowas? Naja, das nicht. Also betrunken sieht ja auch nicht aus. In Ordnung. Das glaube ich Ihnen. Ich mir reinziehe, dass die Alte vorhin fit waren. Ich glaube Ihnen, dass sie nur besoffen sind. Ja, einmal. Ja, wir machen Verhaftung, ne? Ja, natürlich. Dafür werden Sie den Führerschein abgeben müssen. Sie kommen mit uns. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Oh, toll, so. Wir machen es total locker. Alles okay. Komm, mein Freund. Ab da rein. Zack. Ey, geil. Er hat einen Drogensüchtigen gehabt. Er hat einen Alkoholabhängigen gehabt. Das ist ja mega, ey. So. Sind wir jetzt? Rang 4. Neuer Rang. Neue Tasks verfügbar. Stand da gerade. Neuer Rang. Nice. Ein Neuer Tasks verfügbar. Bedeutet doch neue Missionen, oder? Ja, bestimmt. Er lange Eingeständnis beim Unfall. Mache einen nachvollziehbaren Alkoholtest. Erwerbe ein Charakter-Item aus dem Tech-Tree. Was ist denn der Tech-Tree? Da. Das ist der A. Da muss ein Polizei-SUV, Zivilfahrzeug oder... Ein Charakter-Item. Ach so. Charakter. Warte mal, das kriegen wir bestimmt jetzt schon hin. Ja, könnte schneller laufen oder Intuition oder wo. Schneller laufen. Ja, mach mal. Zack, das haben wir abgeschlossen. Okay. Nice. So, jetzt bring ich erstmal den... So, natürlich. ...den Straftäter rein, wo er hingehört. Hinter spädische Gardinen. Ja. Auch da werde ich wieder mit der Lakritz-Stank heute. Heute Nacht ein wenig an den... ...an den Gittern rattern. Ich bin dafür, wir stecken in dieselbe Zelle wie den, der Drogen genommen hat. Na, der gute Nacht erlebt. Und dann lassen wir die Gegner da kämpfen. Und du, der überlebt da vom nächsten Tag nach Hause. Ja, wir gehen da hin und zerbrechen so einen Billardstab. So einen Köh. Genau. Einer von euch darf morgen nach Hause. Zwei gehen rein, einer kommt raus. Ja, so läuft das doch bestimmt auf der Waffe. Ja, auf jeden Fall. In der U-Haft. Ja. Das sind die Leute, die verschwinden. Die werden nicht entführt oder hauen nicht ab. Das sind alle die, die in der U-Haft waren mal. Definitiv. So sieht's aus. Junge, Junge. Wie offen... Ich muss hier so Schmetterlingsfahrten machen gerade. Geht's hier weiter rund? Oh Gott. Oh Gott. Mano! Wann ist das vorbei? Das ist voll ätzend. Wow. Ey. Das ist so ätzend. Das ist einfach nur ätzend. Und das Schlimme ist, man macht's ja nicht absichtlich, ne? Also man versucht ja wirklich das Beste dabei rauszuholen. Es klappt einfach gar nicht. Und bei GTA funktioniert das so gut. Naja, bei GTA 4 nicht. Aber ansonsten ja. Also die Autosteuerung finde ich ziemlich ähnlich zu der aus GTA. Aber es ist trotzdem krass, wie denn etwas, was bei GTA San Andreas so gut geklappt hat, bei GTA 4 dann nicht mehr... Ich hätte da doch reingemussten, die doch nicht. Nein. Ja, aber er hat mir gerade eine andere Linie angezeigt. Hast du nicht gesehen? Ja, wahrscheinlich, weil er da gar nichts drauf hat. Ja, ja. Es hat sich umgeflippt halt. Weil dann bei GTA 4 nicht wieder so funktionierte, bis man es wieder so umgelegt hat, dass es genauso ist wie bei GTA San Andreas mit GTA 5. Also ich frage mich halt, warum man wirklich das Autofahren bei GTA 4 so sehr verändert hat. Das mit dieser nachhängenden Kamera. Das war ganz schrecklich. Sieger. Was ist das eigentlich für eine Autobahnabfahrt halt? Bei der man... Bei der man... Geil! Ja, ja. Ich habe erst gedacht, jemand anderes fupt, aber es war ich. Ey, sie! Als will er scheiß Bulle, denkt er sich. Ja. Da stehen ja eigentlich so rote Vans rum. Was ist das für eine Firma? Ist das ein Drogenring? Ich glaube auch. Als sie in die Firma hat gesagt, eine Kanone hat eine 2,5. Ist das eigentlich auch ein roter Van? Nein, ist ein roter Van. Weiß ich nicht. Guck mal, wie es besteht. So, weißt du mal, jetzt gehen wir mal rein. Neu-Tasks-Standard, ja. Das heißt für mich, es gibt hier neue Aufgaben, oder? So gespannt. Ich bin echt auch mal mega gespannt. Also, am Bild nicht, aber geh mal drauf auf Überfälle. Ne. Was für neue Tasks gibt es denn? Vielleicht muss man das erst einmal über den Funkspruch angenommen haben, bevor man sowas machen kann. Gehen wir zum Käpt'n aber. Käpt'n, mein Käpt'n. Warum denn nur mein Käpt'n? Warum ruckelt das so? Der steht ja immer noch, ey. Der steht ja wahrscheinlich auch Tag und Nacht so rum. Okay. Können wir was für Sie tun? Besondere Vorkommnisse gibt es gerade nicht. Okay, bis später. Er könnte sagen, ja, Sie könnten mir mal verraten, warum Sie ständig in mein Büro kommen. Ja. Aber, weißt du was? Wir haben so ein Fragezeichen jetzt hier drauf auf der Karte. Ah, ja. Hallo. Hey, was geht? Aktuell ist nicht wirklich was passiert. Dann vielleicht... Okay, die habe ich weggeskippt. So, jetzt guck mal. Was ist denn das Fragezeichen? Er hier? War irgendwas los in letzter Zeit? Habe ich dir eigentlich schon mal von meiner Kampagne erzählt? Guck mal. Äh, scherzen. Lässt du dich etwa zu einer Wahl aufstellen? Wenn ich dafür stimmen soll, ob du der bestaussehendste Polizist der Wache bist, dann muss ich darüber erst mal mit meinem Partner reden. Boah, wie schlagwertig er. Weshalb? Brauchst du dafür meine Zustimmung? Nein, aber ich dachte, dass du dabei vielleicht auch antreten willst. Weißt du jetzt, wie es mir auf die Arbeit geht? Und dann wäre ich vor ein Lämmer gestellt. Ich mache bei sowas ganz bestimmt nicht mit. Leute, darum geht es bei meiner Kampagne auch überhaupt nicht. Ich setze mich für Kinder ein. Damit auch diejenigen aus schwächeren Verhältnissen eine Chance haben und nicht auf die schiefe Bahn geraten. Danke, aber es ist bei der Kindheit nicht gegeben. Zustimmt. Finde ich gut, dass du das machst. Ich hätte auch gern so viel anderes machen für irgendwas. Ich wäre schon damit zufrieden, wenn du dich ab und zu mal an die Regeln hältst. Das ist doch dein Steckenpferd. Wie geht der wie so ein Hühner auf und ansteht und hörst mal an. So viel wie auch. So unterhält ich mich, ey. Jan unterstützt mich. Stefan unterstützt mich. Tut mir leid, Jan. Stefan ist unser Kollege. Fakt, Mann, ich hätte lieber den anderen unterstützen wollen. Dann wird der mir gleich wieder im Auto die ganze Zeit die Ohren voll. Er übertreibt mal wieder. Ich jammere nicht. Ich zähle nur Fakten auf. Ich verstehe schon, dass ihr zwei zusammenhalten müsst. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr beide mich noch bei meiner Kampagne unterstützt. Ja, auf jeden Fall. Natürlich tun wir das. Das war mein Fragezeichen. Es ist weg. Wow. Okay, gut. Alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt einmal ein Gestinknis erlangen. Ein Gestinknis? Ein Gestinknis erlangen und einmal einen nachvollziehbaren Alkoholtest machen. Das ist voll scheiße, weil wir ungefähr jetzt 30 nachvollziehbare Alkoholtests gemacht haben. Ne, haben wir nicht, aber... Also nachvollziehbar würde doch eigentlich bedeuten, wir haben Alkohol gefunden, machen den Test. Das ist doch schon nachvollziehbar. Ist nicht nachvollziehbar, auch wenn der negativ ist, dass wir einfach richtig gehandelt haben? Ja, habe ich doch gesagt. Wir haben Alkohol gefunden und machen den Test. Guck mal kurz auf die Karte, ob es vielleicht eine neue Spezialmission gibt. Ne, gibt es nicht. Naja, die Karte rast ja nach unten. Ich kann ja mal schauen, ob es ist. Ne, da ist der nächste. Guck mal da hinten, ne? Hör auf mich! Hey, Junge! Ich bin Stefan! Jetzt weiß ich eigentlich, wie er heißt. So, was müssen wir jetzt machen? Wir brauchen einmal ein Geständnis und einmal... Ein Unfall. Unfall hält sich natürlich direkt einmal an. Ne, einmal einen Alkoholtest brauchen wir. Ja, und einen Alkoholtest, genau. Unfall halten wir trotzdem da drin. Ja, gut, aber wir kriegen ja schon einen Unfall. Ich halte jetzt einfach irgendeinen an. Trüge ich mal einen Alkoholtest. Der nächste ist ein weises Auto. Ja, aber das stand doch an der Ampel. Wie soll ich das denn anhalten? Dann fährst du hinter den und hältst dir den an. Ich drücke die falsche Tasse hier ganz dazu fahren, der fährt trotzdem. Willst du weiter machen, mir juckt der Hals. Ich muss was trinken. Ja. Ja, sagt er und lässt den Magen stehen. Ja. So. Den halten wir doch auch noch direkt an. Ja, mach mal. Ich bin gespannt, ob du das noch schaffst. Boah, der könnte aber auch recht schnell... Alter, Blutze, ey. Ja, jetzt fallen die aber alle schon wieder richtig. So. So, habe er doch bitte Bier im... Ansonsten kaufen wir das einfach für 450 Euro. Ja, was wir jetzt auch einfach machen. Ja. Also ich konsumiere mal... Einen schönen guten Tag. Guten Tag. ...das Auto. Wieso haben Sie mich an der Hals? Ach, wie ist das wieder am Start? Ey, seine Augenbronnen haben sich voll bewegt. Ja, natürlich... Nee, mach erst mal sofort... Also du musst ja Dokumente überprüfen. Ich würde gern ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen. Mein Gärtner. Oh, anderen Gärtner. Was ist denn da los? Oh, Decker. Der Firefly Trooper. Aber... Ja, das stimmt auch hier. Das ist das Aftus-Fahren. Und Bild ist auch richtig. Die Namen in Ihren Dokumenten stimmen nicht überein. Ich habe mir den Wagen von meinem Onkel geliehen. Wir müssen Ihre Daten abgleichen. Das wird einen kurzen Moment dauern. Bitte warten Sie so lange in Ihrem Fahrzeug. Offenbar liegt hier ein Diebstahl vor. Ich nehme Sie fest, dass Sie mit einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs sind. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig, sagt er. Wenigstens sagt er nicht. Tun Sie was. Verdammt, ey. Aber kein Alkohol-Triss. Ich bin geile Befunde. Falscher Name. Nicht Steve Stahl. Autodies Stahl, sondern einfach nur falscher Name. Der wurde festgenommen und der Name stimmte nicht. Hammer, ey. Kann ich eigentlich auch mit dem Typen eine Schnellreise machen? Weiß ich nicht. Probier mal. Nimm dir das Recht. Das ist einfacher tatsächlich. Das geht. Geil. Das wäre witzig, wenn das jetzt wieder so verbuggt ist, dass wir die Typen nicht dabei haben. Und es ist einfach so, nee, du musst da rein. Ja, aber das stimmt. Aber ich bin jetzt schon da. Naja, klappt. Das Schlag. Das klingt auch ein bisschen so, der Soundtrack ist von Pur, oder? Ja. Wobei, das erste Schlagzeug bei dem Stück hörte sich an wie bei Smetzele Teen Spirit. Das finde ich gut. Ja, bäh, Brübe weg. Ja, ey, ich hätte ihm auch gern einen gegeben mit der Stange. Ging aber nicht. Oh, jetzt rennt noch hier, Junge. Cop. So, wir brauchen jetzt einmal einen Unfall mit Geständnis und einmal einen positiven, oder einmal einen Alkoholtest, den wir auch durchführen dürfen. Ja, genau. Jetzt wird mir nur noch gestohlener Autos, da ist der Schneider. Der steht ganz konform an der Ampel und wird dann angehalten von so einem radikalen Assi-Bullen wie dir, ey. Das ist doch voll schlimm. Ja. Aber ich stehe doch schon, hör mal. Was soll ich denn machen? Halten sie an! Anhalten! Das ist voll schrecklich. Das ist so für ein Schwein. Der arme Mann stand an der roten Ampel oder die arme Frau? Ampel an aller Einsatz. Einmal von dir angehalten. Einen schönen guten Tag. Arme Dame. Wie kann ich behelflich sein? Ich habe sie für eine Kontrolle angehalten. Ich habe sie auf der Pfanne. Ich rieche Drogen. Bitte zeigen Sie mir Ihre Papiere. Und wenn nicht, dann einfach das Tütchen rein. Auf jeden Fall. Davon haben wir geklappt. Klara Klein, das weiß ich auch. Immer genug dabei. Olga Eskalade. Boah, alter Falter, ey. Die Augen drehen sich aber auch in den Kopf rein. Die ist auf jeden Fall ganz woanders gerade. Ja, erst mal Karre kontrollieren. Genau. Wir müssen ja noch den Alkoholtest machen. Ich hoffe, die hat ein paar Biere hinten drin. Genau. Ich mache jetzt sofort die Fahrzeugkontrolle. Ja, natürlich. Ich kontrolliere aber nur den Kofferraum einfach. Ja. Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Warte mal ruhig, deine Arbeit nicht richtig. Das ist auch richtig. Das ist Polizeiarbeit. Aber ich habe keine Lust da vorne. Das haben wir hier. Das ist noch korrekt. Ja, guck mal hier. Das wollte ich auch gar nicht checken. Ich wollte eigentlich direkt den Kofferraum. Mann! Ja, okay. Darf ich jetzt eigentlich an den Kofferraum? Jawohl. Ey, 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 ey. Schau mal an, hier. Ja, was hat die da, ey? So, einen Punkt haben wir jetzt schon mal wieder erledigt. Nein, 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 nein. Ich wusste gar nicht, dass es Wein in Flaschen gibt, ey. Das war doch immer ein Tetra-Pax, oder nicht? So wie die aussieht, ey. Guck dir mal noch links hier den Kasten. Das ist der erste Flasche, was du je gesehen hast. Du hast dir geschenkt gekriegt, ne? Alter! Junge, Junge, Junge. Cool, jetzt mach doch noch den Test mit den Reifen. Ja, das ist gut. Wenn dann das volle Programm. Ich gehe voll auf Festnahme jetzt hier. Na, das sieht gut aus. Naja, sie können mich auch sanft nehmen. Ja. Okay, das sieht ja gut aus. So, zack. Jetzt aber erstmal ein Alkoholtest. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Nicht wirklich. Muss das sein? Ja. Weil das war eine klare Anfrage. Wenn Sie Ärger vermeiden und uns allen Zeit sparen wollen, dann stimmen Sie diesem Test jetzt zu. Schon gut, schon gut. Dann machen wir es halt. Sieht aus wie ein Clown. Sieht aus wie es. Sieht aus wie es. Pennywise. Ja, Pennywise. Hat getrunken und muss zur Polizeistation gebracht werden. Bäm. Das ist viel. Unglaublich, dass Sie in diesem Zustand überhaupt noch Autofahren konnten. Den Drogentest bin ich trotzdem noch für. Machen wir 100 pro, ey. Haben Sie Drogen oder andere Rauschmittel konsumiert? Nein, so ein Unsinn. So, jetzt guck mal an, ey. Ja. Auf jeden Fall. Na, das Mundschmatzen. Ich würde die Augen nehmen. Die sind irgendwie... Die zucken nach oben. Die Stieren. Ja, Stieren. Die Stieren hat sie. Ja, okay. Zack, Drogen. Sag nicht, die hat Drogen und Alkohol genommen. Boah, die ist richtig fällig, ey. Die ist richtig fällig. Positiv ist jetzt schon positiv. Azzerinein, ey. Was ist denn mit dir los? Besoffen und auf Koks. Das ist unser dickster Fisch bis jetzt. Zack, ey. Zwei Asse trumpfen auf. Eieiei, ey. Ich sag, weiterfahren lassen. Bußgeld. Nein, Verhaftung. Sagen Sie mir zur Wache, da sie unter dem Einfluss von Drogen nicht fahrtüchtig sind. Ey, ich hab wenigstens meine Wache gerade gezogen. Mir geht's voll gut. Da war der gestohlen, der Ball. Ey, ey, mir geht's voll gut. Das ist nicht wahr. Was ist denn mit Ihnen? Polizeigewalt. Boah, die haben wir einkassiert. Ja, guck mal. Die ist auch von Grund auf böse. Auf jeden Fall. Aber das war, ey, irgendwas fehlt. Hä? Warum haben wir denn nicht die volle Punktzahl gekriegt? Das hat nicht wirklich keinen Sinn. Wir haben einen Verstoß nicht festgestellt. Du hast dir die Vorderseite nicht angeguckt mit den leichten Lichtern. Ah, mein Gott, ey. Was soll's? Also bin ich jetzt voll durch. Mach mal kurz einmal Start, was uns noch fehlt jetzt. Jetzt müssen wir sie eben kurz wegbringen. Ja, bring mal weg. Das Püppchen. Freches Püppchen. Die Welt ist groß und du bist klein. Du kannst noch nicht alleine sein. Ich nehme jetzt hier direkt den Auftrag an. Ja. Ich auch. Hallo Stefan. Achso, du meinst jetzt ein Unfallauftrag? Ja, genau. Geil. Wie Stefan ab und zu so ein Bild ploppt. Da ist der Kopf. Warum läuft der mit uns? Er will nicht mit uns reden und arbeitet nicht mit. Wofür ist der überhaupt da? So, kleiner Unfall. Ich find geil, dass unsere neue Task war, dass wir einmal mit diesem einen Polizisten jetzt reden konnten, dass er eine neue Sache hat. Dafür hab ich hier vier Level hochgelevelt und was. Damit er mir sagen kann, er macht irgendeine Aktion für Kinder. Und ich noch nicht mal weiß, wer Stefan und Mike ist und dann auch noch auf der Seite von dem Falschen bin. Ich find hier übrigens gut, dass wir das schneller laufen und aufgelevelt haben. Auf dem merke ich gar nichts. Das fühlt sich gar nicht genau aus an wie vorher. Wir haben auch die Steuerung des Autos beim letzten Mal schon aufgelevelt. Das ist mir auch genauso an die Dauer. Wir übernehmen das. Ich merke auch einen Nullunterschied. Wirklich absoluten Null. Dann ist dieser Flixbus schon wieder. Jetzt, wenn wir einen höheren Rang haben, sind die Unfälle auch mal an anderen Stellen. Das finde ich gut. Ja, so langsam macht das Spiel Spaß. Ja. Leitstelle für Wagen 1. Inzwischen wissen wir, dass zwei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt sind. Verstanden. Sonst noch was? In der Fall liegen uns keine weiteren Informationen vor. Verstanden. Oh, ist der mit dem Bus mit? Nee, nee, der ist nur der Bus von gerade. Okay, ja, da sind zwei Autos tatsächlich diesmal. Beide haben schon mal Westen an, das ist schon mal gut. So, jetzt guck mal auf die Hörnchen. Und wenn du die nimmst, achte mal drauf, dass der Kreis grün wird. Mach ich. Uh. Alter. Das ist doch grün, oder? Das ist grün, ja. Ich guck mal. Nee, guck mal. Das hat einmal gerade grüner geblinkt, meine ich. Da, guck mal, das ist grün. So. Das nächste muss jetzt auch wieder in den grünen Bereich. Da. Das, ne? Ja. Jetzt hast du schon 50% erreicht. Das sind unsere... Ja, du warst gerade grün, ganz kurz einmal. Das sind unsere 100%, die wir nie schaffen. Oh, ist das... Es war gerade ganz kurz, als du von dem einen Hörnchen weggegangen bist, war es einmal ganz kurz. Oh, ist das schlimm. Das fühlt sich grün. Ja, doch, es ist gerade einmal... Genau, jetzt dreh dich mal um. Warte, ich guck jetzt mal hier. Ja, oder da, ja. Da. Einmal da und jetzt noch auf den anderen. Dann dreh mal die Kamera jetzt erstmal einmal und dann geh mal ganz straight an diesen Dingern vorbei. Und da ist es vorhin einmal grün geworden. Du musst, glaube ich, noch weiter nach rechts rein, sodass du... Ja, ich versuch mal, ich versuch mal. Zu spät schon, glaube ich. Da ist es! Ja, guck, 100%. Sag mal, ey. Sag mal, ist die Mühe echt nicht wert, kann ich dir sagen. Da liegen schon so Sachen rum. Ich hab schon... Da liegt schon wieder eine Schnapspulle. Wann die selben Sachen, ey? Die saufen auch alle immer. Aber bisher haben sie alle immer beteuert, dass sie nichts trinken. Bisher sind wir an den Stein und es stimmt das nicht, ey. Hunde holen wir uns schon mal. Na, das Zeug ist ja nicht ohne. Wenn das jemand beim Fahren Intus hatte, besser ich nehm das mal mit. Gut, dass ich solche langen Gespräche mit mir selber führe. Guck mal, hier haben wir auch irgendwas. Was liegt denn da? Guck mal. Ist das ein Handy oder was ist das? Ja, ja, sieht ein Handy aus. Das nehme ich mal als Beweisstück mit. Entweder ist es ein Handy oder ein Backstein wieder. Okay. Noch was? Ja, erstmal her. Das ist auch geil, wie groß der Spielraum bei grün ist. Also es ist wirklich nur so ein, einmal drauf zu tippen. Ach, guck auf, ey. Von hinten. Das ist das Auto, was man nicht von vorne muss. Sag ich mal. Warum ausgerechnet das von hinten jetzt? Ich meine, es macht natürlich Sinn, weil da der... Ne, ist auch nicht richtig. Das ist so wie bei mir vorhin, wo wir es die ganze Zeit gesucht haben. Ja, da war es der Bus. Hier ist es wahrscheinlich auch. Oh, das ist ein bisschen länger das Auto. Das muss doch von der anderen Seite. Das ist von der Seite. Doch nicht von dieser Seite. Das ist ja wohl völlig unheimlich. Also das ist überhaupt probiert. Das ist doch scheiße, ey. Ja, was? Da war es, da war es, da war es. Von der Seite ergibt am allerwenigsten Sinn. Da war es, da war es. So, ich gucke kurz nochmal, ob wir vielleicht noch eine dritte Sache hier finden. Dann musst du auch sowieso erstmal noch die Unfallskizze machen. Ja, genau. Unfallskizze. Oh nein. Ich klicke erstmal auf die Karre, welche das ist. Das ist der Bus. Also, der Bus ist doch dahinter, oder? Dachte auch. Ah, ne, der Bus ist vorne. Okay, der Bus ist davor. Okay. Oben, da, wenn irgendwo, meine ich, ja. Ja, ey, guck mal, ich hatte recht. Das stimmte tatsächlich. Hast du das gehört? Ja, ja, klar. Was ist denn los? Ich sitze neben dir. Mir hat einfach so viel im Wachsen, das ist unglaublich, ey. So, haben wir alles. Das war kein Bug, das war gewollt. Also, du hast ein Handy gefunden, hast du noch was gefunden? Und eine Flasche Alkohol. Ja, okay. Wir können uns, wir wissen ja eh nicht, mit wem wir zuerst. Ja, komm, wir gehen mit der Verlesung nach rechts und fertig, ey. Guten Tag. Können Sie mir schildern, was aus Ihrer Sicht geschehen ist? Ich bin ganz normal gefahren und plötzlich hat es geknallt. Ja, ist der, also ist der draufgefahren, oder was? Mach mal Beobachtung vielleicht? Ne, danach hat es geknallt. Ist Ihnen vielleicht irgendetwas aufgefallen? Kann auch sein, dass es in meinem Handy auch gefahren ist. Es könnte sein, dass der Typ hinter mir das Handy am Ohr hatte. Dazu haben wir bereits Hinweise entdeckt. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Ja, sehr gut. Neue Dialogoption. Ich beende jetzt das Gespräch und gehe direkt zu dem anderen, ne? Ja. Und spreche mir aufs Handy an. Ja, okay. Danke. Das sollte es für den Moment gewesen sein. Bleiben Sie bitte in der Nähe, falls wir weitere Fragen haben. Jetzt bin ich sofort pissig. Können Sie mir schildern, was aus Ihrer Sicht geschehen ist? Ich war wohl leider wegen meines Handys abgelenkt und bin deshalb den Wagen vor mir aufgefahren. Oh, er gibt es ja sofort zu. Danke für Ihre Ehrlichkeit. Wir werden das so in unseren Bericht aufnehmen. Kann ich sowohl aufhören, oder? Wir werden noch den Alkohol. Generell würde ich auch fast schon sagen, ja, er hat zugegeben. Also, das ist eigentlich schon sicher, ne? Eigentlich schon. Er hat schon das Geständnis gegeben. Drück mal Start. Ist es schon drin? Ne, wahrscheinlich nicht. Ein Fortschritt? Ne. Das ist erst wahrscheinlich, äh, ne? Hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet. Ich habe Angst, dass ich das jetzt kaputt mache, wenn ich noch mehr mache. Aber wir haben ja die Aussage schon, dass wir nicht mehr kaputt machen. Aber das mit dem Alkohol würde ich vielleicht... Es gibt noch etwas, das ich ansprechen muss. Stammt das aus Ihrem Fahrzeug? Nein, noch nie gesehen. Mach mal nach. Ja, ich mach auch nach. Gehen Sie einen Moment in sich. Ich kann Ihnen nur leider trotzdem nicht mehr sagen, als gerade eben. Das ist genau dasselbe wie bei Ihnen. Verstehe. Ja, okay. Das war's. Danke für Ihre Aussage. Ich melde mich, wenn ich weitere Fragen habe. Hemmsprung gab es nicht, dass man zu schnell war, ne? Okay. Okay. Ich kann Ihnen jetzt... Ja, nochmal... Es gibt noch etwas, das ich ansprechen muss. Handy haben wir? Mhm. Ich habe das hier am Unfallort entdeckt. Gehört das Ihnen? Definitiv nicht. Sollen wir sprechen trotzdem mal aufs Handy gleich an? Gehen Sie einen Moment in sich. Leider habe ich trotzdem keine bessere Antwort. Aber es ist voll geil, diese Polen Alpo liegen da einfach immer rum und gehören nie jemandem. Ich habe das hier am Unfallort entdeckt. Gehört das Ihnen? Das habe ich bereits vermisst. Haben Sie während der Fahrt telefoniert? Also keine Ahnung, was hier passiert ist. Aber... Irgendwas funktioniert hier nicht mehr so richtig. Also wir können hier bei Twitch mehrere Sachen nicht laden und auch reingehen. Ich werde jetzt diese Mission noch abschließen zum Ende. Hast du alles? Ja, wir sind hier fertig. Und? Was denkst du? Da war ein Handy im Spiel. Unser Auffahrer-Fahrer hat nämlich telefoniert und deshalb nicht aufgepasst. Und schon hat er den anderen Wagen gerammt. Dass die Leute das immer noch nicht begriffen haben. Hoffentlich haben alle Beteiligten jetzt wenigstens daraus gelernt. Gute Arbeitpartner. Ja, guck mal. Jetzt haben wir die auch nochmal geschafft. Wir haben schon wieder richtig viele Punkte gemacht. Da macht man aber ordentlich Punkte. Das stimmt. Und wir haben gerade eine Spezialmission freigeschaltet. Rutschpartie. Okay. Ach, hätten wir doch früher gecheckt, wie die Mechanik gespielt ist. Abrab 5 kannst du mit Objekten an der Pinnwand in der Wache interagieren. Dadurch erhalten dich deine Kollegen über die Fortschritte im Fall deines eigenen Umfalls am Laufen. Guck mal, es gibt da tatsächlich Fortschritte. Ja. Ja, schade. Die Aufträge, die sie dir geben, sind optional. Mhm, okay. Ach, guck mal. Wenn du dir zu lange Zeit lässt, werden sich deine Kollegen selbst darum kümmern. Du wirst gewarnt, bevor das geschieht. Hast du den höchsten Rang erreicht, da steht auch nicht, welcher das ist, darfst du selbst den aktiven Part in den Ermittlungen übernehmen. Nicht schlecht. Gut. Ja. Das hätten wir jetzt alles geschafft. Aber vielleicht hätten wir dann irgendwann auch mal mit Katrin mit der Sanitäterin anbendeln können. Wer weiß das schon. Das werden wir leider nie rausfinden. Ne, das werden wir auch nie rausfinden. Ja, das war heute der Öhrentag. Wir hatten jetzt gerade am Ende ein paar technische Probleme. Nein. Also wir wissen es auch nicht, woran es liegt. Also hier sieht es immer noch so aus, als ob alles down wäre. Wenn man über das Handy geht, können wir uns zumindest live sehen. Was bedeutet, wir sind noch irgendwie da, aber irgendwas scheint nicht so richtig zu stimmen. Wir wissen gerade auch nicht, ab welchen Punkten genau wir wieder online waren oder nicht und was wir da erzählt haben. Und wir sehr viel geflucht haben. Ich habe nie geflucht. Das war der Öhrentag für heute. Wir wissen ja jetzt, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob wir das nächste Woche trotzdem weiter spielen. Das ist super, schauen. Ne, also es wird, glaube ich, langsam wird es ein bisschen schwierig. Wir haben zwar jetzt herausgefunden, wie es geht. Und ich hätte gern einen einzigen Überfall vereitelt. Ja. Aber, naja, vielleicht können wir jetzt einmal eine Viertelstunde oder so einwerfen. Aber mehr, also mehr geht auch einfach nicht. Irgendwann ist man mit dem Spiel durch. Das stimmt. Ähm, ja. Nächste Woche gibt es trotzdem wieder einen Öhrentag. Nächste Woche Donnerstag. Montag gibt es Monday Night Rock wieder mit einer neuen Endzone. Und dann, so wie es aussieht, mit dem Ende von Monkey Island. Hoffentlich. Oder auch nicht hoffentlich, weil es ist ja ein schönes Spiel. Viel kann dann nicht mehr kommen. Am Dienstag kommt Black Tale Requiem raus. Das werde ich am Dienstag dann auch schon mal anspielen. Damit, ich will halt nicht so lange warten. Du bist ja verrückt. Ja, ich habe voll Bock, das Spiel zu spielen. Und deshalb will ich das am Dienstag schon mal mitnehmen. Sofort. Und dann wird es das montags regelmäßig bei uns geben. Und dann ist ja auch schon wieder einen Tag später, ähm, oder zwei Tage später, der Jörn wieder dran. Und ist er wieder. Ja, stimmt. Einen Tag später ist dann wieder irgendwas und spielt auch Outlasts. Nein, ich werde Scorn weiterspielen. Kommt morgen raus. Ach, morgen kommt schon Scorn raus. Das sollte erst am 27. Ja, ja. Jetzt am 14. Ah, okay. Habe ich auch gestern angekündigt, äh, einen, einen Tag Pause von Outlasts nächste Woche. Und dann werde ich mal Scorn spielen. Mal gucken, was das so taugt. Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf. Alles klar. Dann, ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schönen Abend noch. Ciao. Tschüss. Ja. Ja.